Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wella Home, dem Podcast rund ums Fahrrad und da wir beide sehr anstrengende Tage haben, kommen wir nicht so oft zum Giro, wie wir es wollten, aber ich sag mal so, eine Zeitung, in der nix steht, ist halt auch, nee, wie soll man sagen, in einer Zeitung, wo es nicht berichtet wird, da werden dann halt die im Sommerloch die, kann ich dich noch erinnern, diese Kaimane, die in irgendwelchen Inseln, Badeseen waren und so diese typischen Sommerloch-Mädchen oder der Problembär. Vielleicht sollten wir das, müssen wir auch einen Problembär auspacken, aber bevor wir zum Problembär kommen, kommen wir mal zu dem anderen Herrn aus München, das ist der Thomas. Guten Tag nach München. Ja, schönen guten Abend nach Köln. Diesen schönen Sommer, also schon schön vor, nee, wie sagt man schön? Vorsommertag. Vorsommertag. Das bleibt schon richtig lange hell. Ja, das stimmt, das stimmt auffallend. Ich möchte kurz eine Sache, eine persönliche Sache abschieben. Wenn ihr die, ich dachte, es wäre nur ein Internetphänomen und hab davon nicht viel erwartet, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, Siegfried und Joy, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, zwei Zauberer, die eigentlich nur im Internet, also so Instagram hat man ein bisschen was davon gesehen und so, wenn ihr die Möglichkeit habt, die mal live zu sehen, dann macht das auf jeden Fall. Ich komme gerade, ich komme gerade von einer Show nach Hause und bin immer noch ein bisschen geflasht, weil es so, ach, mir fällt nicht das richtige Adjektiv ein, aber es war sehr schön, schön trifft es, schön ist zu wenig eigentlich. Herz zerreißen. Ja, rührend manchmal. Bewegend. Bewegend, ja, das klingt alles so kitschig, ne, findest du nicht auch? Bewegend klingt, mir fällt kein richtiges Adjektiv ein, derjenige, der hier das richtige Adjektiv, der ein richtigeres Adjektiv runterschreibt in den Kommentaren, als ich es gefunden habe, bekommt von mir, keine Ahnung, irgendwas aus meinem Schrank. Irgendwas werde ich finden, was ich für euch zukommen lasse. Aber es war sehr, sehr, sehr inkludierend, ich weiß es nicht. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht hin, es lohnt sich definitiv. Und wie sehr lohnt sich denn der Giro dieses Jahr? Das ist die andere Frage, die wir uns stellen müssen und durch die wir gehen. Wie, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr werden deine Erwartungen erfüllt? Es kommt drauf an, mit welchen Erwartungen man rangeht. Wenn man hohe Erwartungen hat oder in Sachen Spannung, dann ist es, was ist gut? Ist 10 gut oder ist 1 gut? 10 ist immer gut. 10 ist immer volle Punkte. Dann ist es vielleicht eine 3, wenn man hohe Erwartungen hat, was die Spannung angeht. Wenn man das, wenn man unsere Erwartungen, sag ich mal, die wir im Podcast geäußert haben, vor dem Giro annimmt, dann ist es eine 6 oder 7. Ja, ich würde schon, also wenn ich 2 Zahlen 6, 7 nennen würde, würde ich auf 5, 6 gehen. Aber es bleibt halt bisher immer bei mir so, ich weiß nicht, wir haben bis Etappe 3, glaube ich, inklusive besprochen, haben also Etappe 4 bis 8, 4 bis 12 heute vor uns. Bei manchen, obwohl ich relativ viel gesehen habe auch, bei manchen muss ich schon echt überlegen, was war das nochmal? Ja, sind austauschbar. Ja, ganz genau, austauschbar oder es sticht wenig heraus. Insofern, es gab immer mal wieder schöne Momente oder Sachen, über die man sich gefreut hat, Sachen, die man so ein bisschen irritierend fand und, aber das werden wir jetzt, glaube ich, beim Durchgang durch die Etappen alles mal besprechen. Wir werden wahrscheinlich die Länge der Besprechung der Etappen dem Spannungsbogen anpassen, der einzelnen Etappen. Das kann also mehr oder weniger groß werden dann. Ich leite mal kurz ein, Etappe Nr. 4 springen zurück. Etappe Nr. 3, wie war der Standort? Also Gesamtklassement führte zu der Zeit Tadej Pogacar mit damals 46 Sekunden auf Gerard Thomas. Die anderen Trikots waren zu dem Zeitpunkt noch Timmerlié im Sprinter-Trikot, Pogacar natürlich auch im Berg-Trikot. Wie spricht man den aus hier? Eutebrücks. Ja, den Namen muss man sich auch nicht mehr merken, jetzt für den Giro zumindestens, im weißen Trikot. Und das war der Stand, den Rest zernachlässigen wir. Und dann ging es nach Andorra. Nicht Andorra. Das ist, glaube ich, was anderes, ne? Das war diese Etappe mit dem Berg in der Mitte. War das das, wo man vom Kleinen Smiland Sanremo auch sprach, ne? Genau. Ja. Naja, und wie in Smiland Sanremo üblich, gewinnt ein Sprinter. Und das war dann auch der Fall. Wobei es bei der Sprintankunft, sag ich mal, Smiland Sanremo passiert eigentlich selten was bei der Sprintankunft, ne? Also ich kann mich jetzt nicht an irgendwelche größeren Stürze erinnern, oder? War nicht oder das da? Nee, aber die Etappe in diesem Jahr oder diese vierte Etappe vom Giro, die war dann doch nicht ohne im Finale. Und da haben sich viele hinterher auch beschwert, dass die Frage sei, ob man so einen Bergab-Sprint fahren muss noch. Wo man doch schon jetzt bei vielen Rundfahrten gesehen hat, dass es gerade mit den, sag ich mal, immer schneller werdenden Rädern ein erhöhtes Risiko darstellt, wenn man vorher noch so eine, was wir immer sagen, auch einen Berg reinmacht und dann die Fahrer da noch lange bergab fahren lässt oder kurz bergab fahren lässt mit hoher Geschwindigkeit. Ja, die Polenrundfahrt war es ja, glaube ich, die da vor ein paar Jahren das Negativbeispiel geliefert hat, auf das man sich jetzt dann an der Stelle immer wieder, auf das es immer wieder zurückfällt, sozusagen die Mutter aller schlimmen Sprintankünfte oder schlechten Sprintankünfte oder gefährlichen Sprintankünfte, wie man das immer nennen mag. War das nicht auch die Etappe, ich muss jetzt immer in meinem Gedächtniskampf, wo, na, wie heißt der, Garner kurz noch angetreten ist und vorher dann eingeholt wurde? Genau, das war die Etappe. Genau, und wurde dann von den heranbrausenden, es war ja auch noch so, dass Pogacar, glaube ich, nee, das war eine andere Etappe, wo Pogacar und… Das war eine andere Etappe. Entschuldigt, wenn du das alles durcheinander schmeißt, aber die Abstände sind einfach so groß für mich geworden. Aber hier eilte das Feld noch heran mit Jonathan, oder Jonathan, Jonathan Minan, Caden Groves, Phil Bauhaus in der Sprintankunft und schön für Phil Bauhaus. Also nicht schön, dass er ein Dritter geworden ist, also ich glaube, er freut sich mehr über den dritten Platz, als er sich ärgert, nicht Erster gewonnen zu sein. Ja, aber in dem Tag… Ein paar Tagen Abstand. Ja, in dem Tag war er sehr gut drauf, beziehungsweise hatte er auch die richtige Position mal gegen Milan, aber ja, nichts zu machen. Hatte sich ein bisschen angekündigt schon, mit guter Form in den Giro gekommen, natürlich auch im Frühjahr sehr stark gewesen, auch bei den Klassikern. Und der musste aber auch richtig leiden an diesem, am Kapu-Mehle, um da dran zu bleiben, überhaupt. Ja, aber Milan, ich meine, es ist aus der Perspektive von heute, von jetzt immer sehr leicht zu sagen, zeichnet sich ab, dass er ja schon der Stärkste im Feld ist bei den Sprintern, aber er ist jemand, den es zu schlagen gilt an der Stelle, ne? Ja, es ist also, Sprinterfeld ist zwar sehr hochkarätig besetzt, aber ja, viele Leute, wie zum Beispiel Caleb Ewen, von dem hätte ich mir mehr erhoffen. Also, bester Platz jetzt mal, Rang sechs bei einer Etappe, da läuft es so gar nicht zum Beispiel, das ist einer von den Sprintern, wenn man die mal herausgreifen will. Wer war das denn noch, da war noch ein Sprinter, da war gestern auch die Meldung, der war noch nie unter den Top 20, weil er immer Pech hatte irgendwie. Was tatsächlich erstaunlich ist, ja, dass die UAE, die wird Pogacar den Gesamtsick anpeilen, mit Molano, einen Sprinter mitgenommen haben und für den auch die Sprints anfangen. Ja, Pogacar hat ja auch irgendwann mal selber den Sprint angezogen, hat man gesagt, für ihn, oder für ihn gearbeitet. Ja, kommen wir später nochmal dazu. Also, als wenn er dann noch einen Intervall vielleicht mal bräuchte zwischendurch, weil er sich sonst so gelangweilt hat. Ich glaube, das hat da andere Gründe. Okay, bin ich gespannt, was du da in Gründen aufführst. Aber das war das Klassement, beziehungsweise das Tagesklassement. Am Gesamtklassement hatte sich an dem Tag kaum etwas geändert, außer dass einer Rubio von Platz 4 auf 5 und Kian Uitbrooks von 5 auf 4. Ansonsten, ja, Chavez noch von einem Platz hoch, Ben O'Connor einen Platz runter. Ansonsten alles wie gehabt. Etappe Nr. 5 war dann die von Genova nach Lucca. Das war eine Etappe, wo wir vorher schon gesagt haben, könnte Ausreißer geben, kann aber auch einen Sprint geben, ist so ein bisschen unsicher. Und zu dem Zeitpunkt hatte man ja noch so ein bisschen das Gefühl, wie soll man sagen, sagen wir, was ihr alle schon wisst, die Sprinter sind durchgekommen. Und war das die Etappe, wo du mir hinterher noch gesagt hast, dass es noch lustig wird? Könnte sein, ja. Ja, wo Einfacher hinten draufgehangen hat die ganze Zeit, danach von mir weggefahren. Das war doch an dem Tag, ne? Ich glaube, da saßen die meisten Leute vor dem Bildschirm und haben gehofft, bitte nicht der, der jetzt die ganze Zeit da nur am Lutschen ist. Ich habe mir sogar die Nummer gemerkt, 167 oder 169, das weiß ich nicht mehr. Also wir sprechen von Andrea Pietrobon, vom Team Polti-Kometa und das sah dann wirklich so aus, als der da weggefahren ist, als dass er durchkommen könnte, sage ich mal. Oder ja, fasst da schon wieder sichere Sieger aus? Ich bin ehrlich, ich habe gedacht, der kommt durch. Und die Nachricht, die du mir vorher geschickt hast, war auch so ein bisschen, das war glaube ich vorher, war so ein bisschen diffus, dass du, du hattest irgendwie so nach dem Motto, ja, da kommt noch was. Und dann dachte ich mir, okay, der hat sich nur, also es war für die, die es nicht gesehen haben, Ausreißergruppe, drei Fahrer und einer, nämlich Andrea, hat nur hinten draufgehangen. Der hat die anderen zwei die Arbeit machen lassen. Trotzdem sind sie durchgekommen und ich würde schätzen so ein Kilometer, 800 Meter, Pi mal Daumen so ungefähr vorher, hat er dann auf einmal attackiert und war weg. Und da hat wirklich, glaube ich, jeder mit dem Radsport Herz da gesessen. Ich, nur als jemand, der durchaus Education First gerne mag, habe mich noch mehr geärgert, weil Michael Walgren, spreche ich glaube ich richtig aus, war bei diesen dreien dabei und dachte mir, oh nee, komm ey, und jetzt bitte nicht der auch noch. Und dann wurde er wieder eingeholt. Das war so der Spin in der Geschichte, der mich dann wahnsinnig gefreut hat. Da war mir auch egal, ob Kofidis oder Education First gewinnt, Hauptsache er nicht. Und macht man sich mit sowas, macht man sich auch keine Freunde im Peloton, oder? Ja, mit Sicherheit nicht. Also ich habe das nicht so recht verstanden, warum der da jetzt gar nicht mitgefahren ist irgendwie. Auf jeden Fall haben es natürlich die Sprinter-Teams an dem Tag auch ein Stück weit selbst vermurkst, dass die die nicht mehr zurückgeholt haben. Alle haben so ein bisschen auf Lidl Track auch geschaut, weil Milan da sich schon als stärkster Sprinter herauskristallisiert hatte. Ja, und die haben es dann nicht mehr geschafft, die zurückholen. Aber schön zu sehen, dass so ein Ausreißversuch auch mal von Erfolg gekrönt sein kann. Und sprechen zwar alle immer über die Crosser, aber an den Tagen waren es immer die Bahnfahrer, die dominiert haben. Also Benjamin Thomas, exzellenter Bahnfahrer. Am Tag davor Jonathan Milan und Filippo Ganna aus dem italienischen Vierer, die da die Etappe dominiert haben. Also die Bahnfahrer haben es auch fast dick hinter die Ohren. Und das lässt sich auch einiges hoffen für die Italiener. Es ist Olympia, ja. Das darf man ja nicht vergessen. Wird an der anderen Stelle dann vielleicht auch nochmal interessant, wenn man darüber spricht, dass Matthias van der Poel vor ein paar Tagen noch verkündet hat. Aber das kann man ein andermal vielleicht auch noch besprechen. Also, fünfte Etappe. Es hatte sich insgesamt nichts verändert mehr am Gesamtklassement. Außer, dass, Applaus, 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 Georg Steinhauser, der eigentlich ein sehr, also was heißt auffälligen Giro, aber immer wieder taucht er irgendwo auf. Also man sieht ihn ja doch häufiger auf Platz 22 hoch ist. Aber ansonsten unter den ersten 21 hat sich nichts geändert. Nö. Sechste Etappe war dann die Etappe mit dem Gravel-Abschnitten. Und... Also, ich habe danach gedacht so, außer ein paar schönen Bildern hat die Etappe jetzt nicht so viel zu bieten gehabt. Täusche ich mich da? Also, Bilder fürs Fernsehen gab es schöne. Da können die auch noch so, keine Ahnung, wird das italienische Fernsehen am Ende, wenn sie die besten Bilder des Giros zusammenschneiden, vielleicht den einen oder anderen zwei, drei Sekunden rausholen können aus der Etappe. Aber viel mehr bot es da auch nicht. Da hatte man sich ein bisschen mehr auf. Ja, erst mal vor dem Start war die erste Meldung, dass Florian Kovic ausgestiegen war, weil er krank geworden war und hatte sich schon gewundert, dass der am Vortag da Zeit kassiert hat. Bitter natürlich für Bora Hansgrohe, für Martin, dass ein wichtiger Fahrer ausfällt, fürs Hochgebirge. Ja, zu diesen Gravel-Abschnitten, würde ich dir voll zustimmen. Da war jetzt nichts, sage mal, super Spektakuläres dabei, vielleicht auch ein bisschen bedingt durch die Rennsituation. Ineos ist da auf diesen Gravel-Abschnitten so wahrscheinlich eher aus Sicherheitsgründen vorne gefahren und da war eine Ausweisergruppe vorne. Mit Alaphilippe, den ich zumindest, wir konnten es nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen, als wir in unserem Gedächtnis gekramt haben. Aber ich meine, mich erinnern zu können, oder ich bin mir sehr sicher, dass ich gesagt habe in der letzten Sendung, dass Alaphilippe irgendwann nochmal einen auspackt. Und hatte, glaube ich, entweder die oder eine andere Etappe dafür benannt. Und er hatte mir zumindest den Gefallen getan, an dem Tag schon mal mit in die Ausweisergruppe zu gehen. Ja, und es war zwischendrin Luke Plapp, der noch dabei war, konnte sich so ein bisschen Hoffnung darauf machen, vielleicht ins rosa Trikot zu fahren. Aber es war irgendwie witzig, weil Ineos in diesen Gravel-Abschnitten, wie gesagt, immer Vollgas gefahren ist. Und dann die, ja, schon automatisch den Abstand zu den Ausreisern stark reduziert hatte, sodass die fast schon in Sichtweite waren. Und danach sind die aber nicht mehr weitergefahren. Und dann ist da, ist das so Jojo-mäßig der Abstand zu den Ausreisern wieder nach vorne gegangen. Aber am Ende waren es dann auch nur, ja, 25 Sekunden vor dem ersten Fahrer Piccolo, der aus dem Feld heraus fast noch reingekommen wäre. Und das, also es ist ja mittlerweile bei den ganzen, nicht bei allen, aber bei vielen Etappen der Grand Tour schon so, die zumindest das vom Profil hergeben, dass halt dieses Jojo-Spiel, dann nicht das Jojo-Spiel, aber dieses, naja, die Ausreißer gehen weg, man holt sie ein oder nicht. Früher war das, fand ich sogar, eigentlich fast ein bisschen extremer, wie dieses getimt wurde. Also mir fällt es auf, finde ich zumindest, dass es jetzt öfter ist, dass die Ausreißer es schwieriger haben, wegzukommen. Also später erst wegkommen, wenn man so die erste Rennphase betrachtet. Viele Etappen hatte ich jetzt auch den Eindruck, wo es lange dauert, bis die Ausreißergruppe steht. Und dann, ja, wie soll ich sagen, also okay, jetzt hier in dem Fall, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil da wurden sie ja auch gar nicht eingeholt, beziehungsweise erst kurz vorher. Aber, ja, ich denke so an die Zeiten von einem Cipollini oder so früher, da war es ja wirklich so, dass sie fast regelmäßig auf Kilometer eins vom Ziel noch eingeholt wurden. Das lag aber auch an der Gestaltung der Rundfahrt, da hattest du halt in der ersten Woche von sieben oder acht Etappen, sechs flache Etappen, die wirklich flach waren, wo, ja, die im Prinzip schon von vorher, nein, Kanonenfutter, sage ich mal, waren die Ausreißer. Ja, okay, okay. Das mag sein, da hast du das bessere Gedächtnis für. Will und kann ich dir nicht widersprechen. Aber an diesem Tag, ja, dann schaffte es Pelayo Sanchez vom Team Movistar am Ende, sich die Krone des Tages aufzusetzen. Und Julien Alaphilippe musste nochmal jemanden, ja, dem Vortritt lassen. Fand ich ein bisschen schade. Es war ja auch in der Übertragung, hieß es dann immer, wurde immer wieder auf diese Geschichte mit Lefedra angespielt. Und den, ich will nicht sagen Ärger, den es da, ja doch, sagen wir, es ist es, es gab Ärger. Vor dem Hintergrund hätte ich es ihm sehr gewünscht. Aber so ist es nochmal. Und Andrea Piccolo hat das, der taucht ja auch nicht zum ersten Mal, glaube ich, in der Ausreißer-Gruppe auf, ne? Der war ja auch, war der an dem Tag Vierter? Ne, ne, täusche ich mich. Ich ziehe zurück, was ich gesagt habe. Ja, doch, der war Vierter, aber aus dem Feld heraus, meine ich. Ja, ich hatte da irgendwas, irgendwann anders hatte ich den nochmal vorne verordert. Na, egal. Ja, aber ich sag mal, in Bezug aufs Gesamtklassement, änderte sich auf den ersten 14 Plätzen wieder nichts. Also die Abstände auch vor allen Dingen unter den ersten 5. Ich nenne sie jetzt einfach mal, wie es zu dem Zeitpunkt war, vor dem Zeitfahren. Pogacar vor Tomasch, vor Martinez, Udebrux, Rubio, Fortunato, Lopez. Ja, das sind so die Top 7, die alle innerhalb von gut einer Minute, eine Minute elf. Waren. Und dann kam es zum Zeitfahren. Ja, das hat vielleicht auch eine Rolle damit gespielt, dass die Etappe jetzt über diese Gravelabschnitte nicht so hart ausgefahren wurde. Ja. Das Zeitfahren hat über, wir hatten ja kurz vorher diskutiert und du hast gesagt, nee, passiert nicht und du hattest natürlich recht. Hat überhaupt irgendein Fahrrad das Rad gewechselt? Ich glaube, es gab ein paar, die das Rad gewechselt haben. Auch, glaube ich, eins, zwei, die, wie soll ich sagen, mit der Zeitfahrmaschine zwar beides gefahren sind, den flachen und auch den steileren Teil, aber dann die Laufräder nur gewechselt haben. Ah, okay. Nee, war mir gar nicht, also habe ich nicht mitbekommen, obwohl ich es für meine Fälle so aufmerksam geguckt habe. Aber das war dann wahrscheinlich so ein bisschen was von dem, was hinten gefahren ist oder zuerst gefahren ist. Schwarzer Tag für George Thomas, muss man, glaube ich, so sagen. War nicht so, wie man es sich erhofft hat. Ich meine, er ist 10. bei einem Grand-Tour-Zeitfahren geworden. Da waren viele noch schlechter. Aber ich glaube, das war der Tag, wo man so hinter sich überlegt hat, okay, ist das Pferd, auf das ich gesetzt habe, ob das Richtige war, fand ich sehr, ich fand es sehr schade. Ich war traurig ein bisschen, muss ich gestehen. Hast du irgendeine Idee, woran es lag? Also gab es vielleicht irgendwas, irgendeine Meldung hinterher, die ich nicht gesehen habe, wo darüber spekuliert wurde, woran es lag? Oder war er einfach nicht gut an dem Tag? Das ist ja auch immer eine Option. Ich denke, es ist einfach, dass das Alter, dass wir so ein Zeitfahren, wo es hinten raus so einen explosiven Berg gibt, nicht spritzig genug ist. Also er hat ja auch, klar, auf dem Flachen war er auch schon ein bisschen langsamer, aber den Großteil der Zeit hat er dann wirklich in der Steigung verloren. Okay, so genau habe ich mir die Splits nicht angeguckt. Man hat nur bei denen, wenn man diese Splits sich anschaut, muss man einfach sagen, dass es ja bis Pogacias letztem Zeitabschnitt war ja von Filippo Garner so klar führender. Also er hat ja, glaube ich, einen Vorsprung, ich überschlage es gerade mal, von 32 Sekunden zum zweiten. Und da kann man ja schon von einer klaren Führung sprechen. Und auch in dem Moment, als Pogacias in den Berg unten reingefahren ist, sprachen auch die Kommentatoren davon, dass das Thema durch ist. Der hatte 47 Sekunden Rückstand. Also da hat jetzt niemand noch damit groß gerechnet, dass es nochmal gedreht wird. Und er hat dann ja über eine Minute, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf gerechnet habe, eine Minute drei, eine Minute vier, nur auf diesem Berg, also auf diesem, wie viele Kilometer waren es? Ich weiß es gar nicht. Ich versuche es jetzt nochmal. 34. Also auf diesen sieben Kilometer hat er über eine Minute bergauf rausgefahren. Ja, aber wenn du das auf einem normalen Massenstadtstraßenrennen rechnen würdest, dann würdest du sagen, ja, das kann schon gut sein, dass Pogacias eine Minute auf keiner rausfährt am sieben Kilometer Berg. Ja, das stimmt. Wenn man es so betrachtet, hast du vollkommen recht. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Er hat sich das halt sehr gut eingebaut. Er hat alles auf diese Bergauffahrt gesetzt. Und dementsprechend ist er den ersten flachen Teil eher dosiert gefahren. Ja, aber hat auch da, also ein dosiert fahrender Pogacias schenkt dem Jarrett Thomas dann trotzdem irgendwie, selbst wenn man jetzt mal überlegen würde, dass sie die Minute, nee, ich weiß jetzt nicht, wie ich das rechnen soll, aber er hat ja trotzdem, wenn man davon ausgeht, dass er einem Gunnar eine Minute abnimmt, dann hat er ja, okay, wenn er dann zwei Minuten Rückstand hatte und Gunnar dann als Referenz nimmt, dann hat er insgesamt auf dem Flachanteil auch nur eine Minute auf Thomas rausgeholt. Oder weniger, deutlich weniger als die Minute. Ja, das mag dann eine gute Erklärung sein. Hattest du damit gerechnet, dass er so viel stärker ist? Ja, war schon, also damit zu rechnen, beziehungsweise die Taktik war ja ein bisschen überraschend. Also ich hätte eher damit gerechnet, dass er auf dem Flachen schon viel stärker ist. Okay, also dass er da schon einen größeren Vorsprung rausholt. Genau, und dann vielleicht am Berg eher verwaltet, aber hat es halt andersrum gemacht, im Flachen dosiert gefahren und dann am Berg Vollgas gegeben. Eine kleinere Rolle, so wurde es zumindest während der Übertragung gemutmaßt, hat auch das Wetter gespielt im Sinne von, die früheren Fahrer hatten etwas mehr Windunterstützung, beziehungsweise weniger Gegenwind, was dann auch Maximilian Schachmann wohl in die Karten gespielt hat, der mit dem fünften Platz bei so einem Zeitfahren ja mehr als zufrieden sein gewesen ist, gewesen war. Ja. Zufrieden. Vielleicht auch ein Kandidat, den man zu Olympia zum Zeitfahren dann schickt. Ja. Weil ansonsten tun sich da jetzt aus meiner Erinnerung heraus nicht so viele deutsche Fahrer hervor, die jetzt unbedingt so die glänzenden Zeitfahrergebnisse in der Vergangenheit geholt, Farben. Entschuldigung, aber ist das Profil nicht auch sogar ein bisschen ähnlich? Geht es da nicht am Ende auch nach Montmartre hoch? Oh, müsste ich mir anschauen. Also frag mich nicht. Kann auch sein, dass ich das geträumt habe. Aber ich meine, das Zeitfahren ist sogar, dass es am Ende nach Montmartre hochgeht und deswegen würde das vom Profil her dann ja sogar dem ein bisschen ähneln vielleicht. Also wahrscheinlich würde man dann irgendwie flach durch Paris dann da hoch. Das wäre ja zumindest etwas, was in die gleiche Richtung geht. Und wenn man jetzt das Zeitfahren anguckt, okay, ein Jascha Sütterlin wäre da noch, aber der ist 16. geworden. Ich weiß nicht, ob ein Gäschke, den wird man wahrscheinlich für Straßenrenner als in der Art Käpt'n de la Root vielleicht mitnehmen. Der ist jetzt aber auch 24. Naja, die werden einfach mitgerollt sein. Also man erwartet von einem Georg Steinhauser gut eine 28er jetzt, aber vielleicht auch nicht, dass er da Vollgas gegeben hat. Ja, also das Profil, was ich hier sehe vom Olympischen Zeitfahren, ist eher brettflach. Okay, dann habe ich das geträumt. Place de la Nation, Place de la Bastille und ja, Ziel ist bei Pont Alexandre 3. Okay, dann habe ich da irgendwas verwechselt. Ich dachte, die würden nach Montmartre hochfahren. Vielleicht ist das aber auch beim Straßenrennen. Das ist das Straßenrennen, ja. Ah, okay, ja, dann ist das mein Fehler. Ja, was sagen wir dazu? Aber nichtsdestotrotz, da hast du schon recht, dass die Erstgestarteten vielleicht ein bisschen bessere Bedingungen hatten. Man sieht es so ein bisschen da dran. Platz 2, 3 und 4, dreimal Ineos, Grenadiers. Gunner und Sheffield waren eher die frühere Startgruppe. Ahrens waren jetzt hinten noch mit dran, aber ja, generell sieht man, dass die da ganz gut sind im Zeitfahren. Und ja, die Riesingen... Was wäre das für ein Team, wenn es Mannschaftszeitfahren noch mal... Also als zweites Zeitfahren, Mannschaftszeitfahren über 50 Kilometer flach. Ja, oder 100 Kilometer gab es ja früher. Ja, von mir aus auch 100 Kilometer. Also mit dem Team kann ich mir durchaus vorstellen, dass die das in zwei Stunden irgendwie durchgebrettert wären. Ja, schon vorstellbar. Stell dir das mal vor. 100 Kilometer über die Autobahn, Mannschaftszeitfahren mit acht Leuten. Ich sage immer so, die Teamwertung haben sie an dem Tag gefestigt. Ja, das kann man wohl sagen. Da hatten sie dann 7 Minuten 30 danach Vorsprung auf die Zweitplastierten, muss man dann ja sagen. Ja, aber sonst im Classement gab es jetzt nicht die großen Überraschungen. Vielleicht ein Fahrer, der sich super gestagen hat, fand ich, war Martinez. Als Achter, klar, der war, meine ich, schon ein paar Mal zeitvermeist auch in Kolumbien. Was jetzt aber nicht der Maßstab unbedingt ist. für einen Girozeitfahren. Oh, und sonst hat sich ja auch auf den ersten 15 Positionen jetzt nicht wahnsinnig viel verschoben. Apropos Kolumbien. Entschuldigung, von Quintana hat man auch noch nicht so richtig viel gesehen. Bis zu diesem Zeitpunkt auch. Ja, war ein paar Mal in der Ausreißergruppe. Aber sonst nicht sehr viel. Aber so richtig, also auch nicht das, also weit entfernt davon, an früheren Zeiten anknüpfen zu können. Andererseits muss man natürlich sagen, die Mannschaft hat jetzt mit Belayo Sanchez die eine Etappe schon gewonnen. Ich denke, das ist schon fast das Höchste der Gefühle, was sie sich vor dem Giro erhofft hatten. Und sie haben ja auch noch in der Gesamtwertung einer Rubio einen Fahrer sehr gut platziert. Ja, wie du sagtest, am Gesamtklassement hat sich nichts ändert. Und dann kam es am Sonntag zu einer ja doch nicht ganz einfachen Etappe, die mit einer Bergankunft endete. Und jetzt kam so für mich ein bisschen die Phase des Rennens auf, muss ich ganz ehrlich gestehen, vielleicht sagt er mal zu tun, dass Charles Thomas so ein bisschen, ich sag mal, auf dem allerengsten Favoritenkreis sich für mich, ich will nicht sagen verabschiedete, aber wenn Pogacar gesund durchkommt, dachte ich mir zu dem Zeitpunkt, na, dann wird es schon mehr als schwer, dass sich da nochmal jemand aus Wales an ihm vorbeischiebt im Gesamtklassement. Und ja, aber diese achte Etappe war dann nochmal, wie ich sagte, Bergankunft nach Praetitivu hoch, keine lange Etappe. Das heißt, man erwartet sich eigentlich so ein bisschen davon, dass sie sehr engagiert ist, sehr animiert ist. Und ja, es kam dann eigentlich, wie wir, glaube ich, auch so ein bisschen gesagt haben, schon in der letzten Sendung und vielleicht auch, kann ich mir gut vorstellen, in der Vorberichterstattung. Naja, am Ende der Etappen wird dann halt irgendwann Pogacar auch von seinem Team losgelöst, alleine da vorne unterwegs sein. Sie werden den ganzen Tag über Arbeit machen. Und du hattest ja, glaube ich, schon gesagt, nach der zweiten Etappe wird er schon im rosa Trikot sein und ab dann nur noch verwalten. Und ja, so ein bisschen geht es ja auch in die Richtung. Auf der anderen Seite vielleicht nicht ganz verständlich, dass, klar ist, er auf Etappensieg gefahren. Dann hätte er an dem Tag auch, hätte URE problemlos die Gruppe durchkommen lassen können, die da vorne war. Nicht nur an dem Tag, finde ich. Ja, hat aber dann selbst den Etappensieg für sich beansprucht. Es war aber überraschend, wie er es dann gemacht hat, weil ich hätte damit gerechnet, dass er, ja sage mal, spätestens sechs Kilometer vor dem Ziel angreift und nochmal versucht, eine Minute oder so auf den Rest rauszufahren. Aber da ist ja gar nichts passiert im Prinzip, außer den ein, zwei zaghaften Angriffsversöchen von Tiberi. War es recht kurios, dass es dann bei diesem Sperrenberg zu einem Sprint der Favoritengruppe kam. Ja, aber ich denke mir dann immer, okay, wenn er, also er muss, wenn wir immer noch davon ausgehen, also, was heißt, wenn wir davon ausgehen, das wird ja so sein, das Ziel Giro und Turz mindestens, ich bin ja immer noch der Meinung, wer weiß, was am Ende der letzten Jahreshälfte noch passiert, aber er fährt halt kraftschonend und möchte sich dann am Ende nicht irgendwelche Sekunden noch abnehmen lassen oder so, ne? Naja, aber auf der anderen Seite, wenn ich mein Team den ganzen Tag arbeiten lasse und selbst weiß, okay, ich bin jetzt stärker als die anderen und poker dann so hoch, dass ich es wirklich auf einen Sprint ankommen lasse, weil da kann ja auch mal was schief gehen, ich werde eingebaut oder… Plattenreifen noch einen Kilometer von ziehen, ja. Wer weiß, ja, genau. Dann ist es doch die sichere Variante, sich zumindest vorher mal abzusetzen vom Rest. Von daher war ich erstaunt, dass es den Tag auf den Sprint ankommen lässt und zumal mit Daniel Philippe Martinez, der dann Zweiter wurde, auch ein Fahrer dabei war, der schon gezeigt hat bei der Algarve-Rundfahrt, wo Remco Evenepoel ins Bergaufsprint besiegt hat, dass der da gar nicht mal so einfach zu schlagen ist. Du meinst, man hätte auch einfach sagen können, an deren Stelle, okay, oder an Pogacar Stelle, ich bin hier in der Gruppe, was sagen wir mal, die letzten sieben, die waren ja dann noch in einer Gruppe mehr oder minder zusammen, ich rolle jetzt mit den sieben rein, ob mir da jetzt einer noch die zehn Sekunden abnimmt, also mein direkter Konkurrent, Martinez, okay, vielleicht wollte er ihm einfach nur die Sekunden nicht geben, also dass er sagt, okay, und die Alternative wäre dann, ein, zwei Kilometer vorm Ziel anzustarten, aber da wollte er nicht so tief reingehen, um Kraft zu schonen, also alles. Ja, dann kann ich ja auch komplett die Mannschaft schonen und die Ausreißer durchkommen. Genau, darauf wollte ich gerade hinaus, aber dann macht das wiederum keinen Sinn, beziehungsweise das dann, ja, das haben wir ja schon mehrfach, oder haben wir mehrfach jetzt gesehen, dass er einfach seine, du hast, glaube ich, mir irgendwann geschrieben, schon nach der ersten, zweiten oder dritten Etappe, der raucht seine Mannschaft jetzt schon auf, wer weiß, wie die, wie sollen die ankommen, so ungefähr, ne, etwas zugespitzt vielleicht. Ist eine gute, berechtigte Frage. Ich glaube, das ist vielleicht noch eine der spannendsten Dinge, die man sich, wenn jetzt nicht irgendwas und mehr gesehen hat, passiert, wie kommen die durch die letzte Woche und ist das vielleicht die Möglichkeit für die anderen Teams da, doch noch irgendwo eine Chance zu sehen? Ich zweifle ein bisschen dran, aber wenn, wenn, wenn ich so wie sonst, ne. Ja, was ich jetzt noch sagen, wollte, ne, es hat sich auch, glaube ich, da, da sind, glaube ich, auch ein, zwei Fahrer nicht gestartet an dem Tag. Es deutet, es war so langsam was... Es war so, es war so ein bisschen, was heißt überraschend, aber doch interessanter Vergleich, dann Luzenko, wovon wir schon gesprochen hatten, der dieselbe Ankunft beim Abruzengiro gewonnen hatte und da, meine ich, auch einen neuen Rekord an den Berg aufgestellt hatte, war chancenlos an dem Tag, wie sie später herausstellte, war der dann auch schon angeschlagen wohl und, ähm, ja, musste dann kurz darauf auch die Rundfahrt verlassen, also ist gar nicht mehr zur nächsten Etappe angetreten. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass einer, der einen Monat vorher, oder war, glaube ich, gar nicht mal ein Monat, äh, da noch alles in Grund und Boden fährt, dann so schnell abgehängt wird. Also dieses mit, äh, am nächsten Tag nicht angetreten und so, also man hatte das, ich, ich musste einmal kurz drüber nachdenken, ob die Corona-Zeit wieder ausgebrochen ist, ne, weil es war ja wirklich teilweise so, dass da, ja, morgens aus den verschiedensten Gründen zwei, drei, vier Fahrer nicht mehr gestartet sind, ähm, irgendwie, als wenn so ein Virus durchs Feld geht, hat man schon irgendwie gedacht, so ein Krankheitsvirus, irgendwas. Ähm, ja, Etappe Nummer acht, nochmal vielleicht das Gesamtergebnis, hat sich nichts geändert, wie du eben gesagt hast, Pogacar, Martinez, Jarrett-Thomas, Ben Conner, Udebrüx und, äh, Tiberi auf acht. Ich muss bei Tiberi immer denken, ich sag, Eriberi, der ist ja kein Sportler, ne, oder? Der Fußballer. Ähm, sollen wir direkt Etappe neun weitermachen? Ja, da gibt's nicht mehr viel zu zu sagen, zu Etappe acht. Zur Etappe neun, gibt's da viel zu sagen? Ähm, weiß ich gar nicht. Ja, das war dieser Rundkurs, glaube ich, den die gefahren sind, da in Neapel, schon interessant, hä? Ähm, fand auch nicht jeder Pfarrer gut, hab ich hinterher gehört. Ja, ich hab, äh, dann noch in Erinnerung, dass sich, äh, Garen Thomas da sehr, also für seine Verhältnisse schon abfällig geäußert hat, ähm, darüber. Also, ich sag mal so, aber hat er, ich find, das ist ja auch eine der, der Sachen, weswegen ich durchaus ein Freund von ihm bin, ne, der klaren Worte. Er hat sich ja auch schon, schon anderer, also, du meinst, du meinst, sonst drückt er sich diplomatischer aus, wenn er seine Mitfahrer als kleinere, miese Ratten bezeichnet, zum Beispiel. Ja, aber halt auf seine Art und Weise. Ja, 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 ja. Und das, das war, darf man, so ein bisschen bezeichnen, man konnte sich denken, was er, was er eigentlich damit ausdrücken wollte, mit dem, was er hinterher über die, über diesen Zielparcours gesagt hat, und die Sicherheitsrisiken, die er mit sich brachte, sag ich mal, weil, ähm, das war doch arg schwierig, äh, aber es gab, dann im Finale drin, ähm, ein sehr animiertes Rennen, verschiedene Fahrer, die sich da vorne gezeigt hatten, und bis kurz vor Schluss sah es ja auch wirklich dann noch so, äh, fast so aus, als könnte Navarres vielleicht, als Ausreißer die Etappe gewinnen, aber, dann kommen wir zurück auf das, was ich vorhin sagen wollte, hat den Tadej Pogacar persönlich, äh, zurückgeholt, und ich kann mir gut vorstellen, da war noch im Hinterkopf, die erste Etappe vielleicht, äh, als Navarres Pogacar gemeinsam und Schachmann gefahren ist, und nur Pogacar in den Wind gesetzt hat, keine Führung übernommen hat, hat sich Pogacar vielleicht gesagt, na, hättest du mal auf der ersten Etappe eine Führung übernommen, dann würde ich dich jetzt nicht zurückholen. Mmh, okay, das sind, das wiederum, äh, würde mir die ganze Geschichte deutlich sympathischer machen, ähm, äh, oder, ich, ja, ich, hast du das auch mitbekommen, einmal gab es ja so, nicht das Gerücht, aber so ein bisschen die Meldung, dass Pogacar, ähm, entscheidende, ich weiß nicht, vielleicht war das sogar nach der dritten Etappe, und ich hab's jetzt hinterher mitbekommen, entscheidende Etappen aus der Giro-Historie nachbaut, nachfährt, sozusagen, in seinem Stil, hast du das auch irgendwo mal mit, mitgelesen? Also, dass er seinen Tag, wie Pantani den Berg alleine hochgefahren ist, dann den nächsten Tag, wie Eddie Merckx angetreten ist und so, also, dass er sich quasi immer Vorbilder nimmt für die Etappe, halte ich auch für ganz, 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 äh, ganz harte Kaffeesatzleserei, aber, ähm, das sind so Geschichten, also, wie du es jetzt beschreibst, das wäre natürlich, sowas wiederum würde mir gefallen, ne, weil, auch wenn ich es ein Fahrer ist, mit Navarres, äh, der wiederum für ein Team fährt, was ich ja auch gerne mag, ähm, der, der jetzt darunter leidet, oder, oder mit den negativen Konsequenzen seines Handelns aus alten, aus vorherigen Etappen konfrontiert wird, ähm, grundsätzlich finde ich das ja immer, wenn so Geschichten wieder aufleben, ne, also, du meinst, um jetzt nochmal auf... Da gibt es ja viele Geschichten in, in der jüngeren Historie des Radsports auch, also, das, was mir immer in den Sinn kommt, es gab mal eine Vuelta-Etappe, äh, wo Toni Martin ausgerissen war, das meine ich schon zehn oder zwölf Jahre her, aber doch jetzt in der jüngeren Vergangenheit noch, und da hat ihn dann wirklich auf den letzten ein paar hundert Metern Cancelara persönlich zurückgeholt. Meinst du, der hatte noch eine Rechnung offen mit ihm? Könnte ich mir vorstellen, ja, aber am Ende, äh, hat sich's ja für UE auch ausgezahlt auf der Etappe, deren Sprinter ist nämlich, äh, sogar Dritter geworden, Molano, ja, ähm, und am Ende, ähm, gewinnt Olaf Koi knapp, feiert seinen ersten Grand-Tour-Etappensieg vor Jonathan Milan, aber auf der anderen Seite auch wieder, war ich dann überrascht, dass er dann danach ausgestiegen ist, war aber auch krank dann. Ich hab mal eine ganz, äh, eine ganz andere Frage, also, nicht eine ganz andere Frage, es klingt blöd, ähm, aber eine Frage, du bist, da verrate ich, glaube ich, hier kein großes Geheimnis, ähm, mal abgesehen von deiner Tätigkeit als, äh, Radsport-Fan, du, du bist ja auch ein professioneller Journalist, kann man ja schon so sagen, ähm, angenommen, du würdest jetzt, oder nee, wir machen das jetzt fiktiv, das finde ich sogar besser, ein fiktiver Reporter sitzt vor dem Mikrofon bei der Übertragung von so einem Radrennen, ne, und die Geschichte jetzt von Toni Martin und Kancelara damals, wenn, das klingt jetzt, als würde ich die Kommentatoren kritisieren, aber so meine ich das gar nicht, weil das ist ja schon echt sehr, sehr tief drin in der Materie, würden die sowas sagen? Also, ne, ja, hier Kancelara fährt jetzt nach, da wissen wir ja auch, da ist die und die Geschichte hinterher, oder fällt dir das hinterher ein, oder kannst du das aus dem Hut zaubern? Weißt du, wie ich das meine? Weil, wenn ich, während ich vor der Glotze sitze, so Geschichten höre, da würde ich ja immer ein Rad schlagen vor Freude, aber ich finde, das hört man selten so etwas, oder machen die es aus irgendwelchen professionellen Gründen, die mir unbekannt sind, nicht? Naja, dass Pogaccia und Nawal, da Nawal es hinterherfährt, das ist ja eigentlich im Prinzip nur vernetztes Denken, wenn man sich an die erste Etappe noch erinnert, und das andere sind halt so, ja, wie soll ich sagen, Geschichten, die man abgespeichert hat, die einem sofort dann in den Sinn kommen, irgendwie, finde ich. Also müssen wir dich endlich zur Tour und alles vor das Mikrofon bringen, damit wir solche Geschichten hören, was für mich okay, ne, ist nicht okay, dann kann ich, ne, ganz schlechter Typ ist der Thomas, ganz schlecht. Lieber nicht, ich glaube, da gibt es andere, die das besser können. Ja, aber so Geschichten höre ich halt nicht. Es war als Kompliment gemeint, betrachten wir es einfach so und von mir aus, ja, Punkt. Aber blicken wir nochmal auf den Siegern der Etappe, Olaf Koi, der im letzten Jahr schon zu einer Grand Tour wollte, hat aber da immer irgendwie, ja, darunter leiden müssen, sag ich mal, dass Jumbo Wisma da noch Primoz Roglic hatte und Sepp Kass und Jonas Wiengegart, wenn man sich das nochmal in Erinnerung beruft, was das für eine Luxussituation war, jetzt haben sie im Prinzip nur noch Sepp Kuss aktuell, der auch nicht die beste Form hat, sag ich mal so. Und jetzt haben sie ihn aber dann dieses Jahr zum Giro geschickt, seine erste Grand Tour und dann eine Etappe gewonnen mit 22, denken viele, der ist auch schon länger dabei, aber ist auch erst 22, schon ein großer Erfolg, wenn man auch bedenkt, dass auch er ein Quereinsteiger ist, der war nämlich früher mal Eissschnellläufer. Wobei das ja auch immer, ich weiß nicht, es gibt sogar einmal, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe, die Geschichte, es gab sogar mal eine Olympia, also eine Olympische Medaille von einer holländischen Frau, ich weiß den Namen nicht mehr, die sowohl im Eissschnelllauf als auch auf der Bahn eine Medaille gewonnen hat. Also ich glaube, Bahnfahrer, also nicht Bahnfahrer, Ski, Quatsch, Schnittschuhläuferinnen und Schnittschuhläufer fahren ja oft im Sommer sehr viel Rad. Das habe ich schon mehrfach irgendwie mitbekommen. Ja klar, da gibt es bei vielen Sportarten Verbindungen. Warum nicht? Also vielleicht war ihm im Sommer langweilig und dann ist er dabei geblieben. Aber es gibt zumindest, bin ich mir sehr sicher, dass irgendwann mal eine Olympiasiegerin, quasi eine Winter- und Sommerolympiaden oder Medaillenträgerin die beiden Sportarten auch miteinander vereint hatte. Kleiner Einschub, ist Jonas Wiengegart, ach hast du, wie ist denn der Stand da eigentlich? Also was ist das Letzte, was ich gehört habe irgendwie, so nach dem Motto, ja, ist gar nicht mehr so sicher und man weiß es nicht genau und das ist so ein bisschen in der Schwebe, oder? Also vor einer Woche ungefähr, also wir nehmen jetzt hier am 16.05. den Donnerstag auf, gab es die Meldung oder gab es einen Social-Media-Post von seiner Mannschaft, bei dem er das erste Mal seit seinem Sturz wieder auf einem Rennrad gezeigt wurde. Ja, genau, das habe ich gesehen. Er trainiert wieder an der frischen Luft, aber ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, aber für mich sah er immer noch so ein bisschen klapprig aus und ihm fiel auch das Sprechen da irgendwie schwer in dem Video, musste er ziemlich Luft holen. Ja, aber die schauen von, sage ich mal, Woche zu Woche, wie er sich in der, in der Reha, sage ich jetzt einmal, entwickelt und natürlich jetzt das erste große Höhentrainingslager im Mai konnte er natürlich nicht mitmachen und die Dauphiné wird da auch nicht fahren, also vielleicht sogar ganz ohne, sage ich mal, Renneinsatz in die Tour gehen. Ob sie ihn starten lassen, ja, wird halt geschaut, steht noch nicht fest. Wie ist dein Bauchgefühl jetzt nach dem, also nach diesen Bildern, nach den Meldungen, nach all dem, was man damit bekommt, wirklich Bauchgefühl, ganz basic. Für mich ist das. Moment A, Entschuldigung, ich muss dich nochmal trennen, ich musste A, machen sie es, B, hältst du es für sinnvoll und das mit dem sinnvoll ist noch mehr Bauchgefühl, weil wir haben ja keinerlei Einblick in sein aktuelles Training, seine aktuellen Leistungen, seine aktuelle Performance, wie auch immer man das nennen mag. Ich denke schon, dass sie das machen, aber vielleicht, ich kann mir vorstellen, schon von Anfang an eine ganz andere Strategie im Kopf haben und Wingegard an den Start stecken, um ein bisschen die Aufmerksamkeit von dieser eigentlichen Strategie zu lenken. Persönlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er das Niveau hat, bei der Tour, um in die Sieg mitzufahren, weil was mich halt so stutzig macht oder skeptisch macht, sind seine Verletzungen. Also wir haben es jetzt bei Alaphilipp gesehen, wenn jemand ein Pneumothorax hat, sprich die Lunge da mehr oder weniger kollabiert, das dauert enorm lange, bis man sich davon erholt und da müsst ihr schon wirklich sehr, sehr gute Heilveranlagungen haben, wenn er jetzt bei der Tour dann wieder nach diesen Verletzungen bei 100% wäre. Teile ich zu 100% die Meinung? Ne, nicht zu 100%, Quatsch. Ich teile auch die Meinung, dass, ne, ich sag, es wäre fast fahl. Also ich glaube nicht, dass der bei der Tour eine Rolle um den Sieg mitspielen wird. Also, und ich glaube noch, also ich finde es, so die Bilder, die man gesehen hat, dieses Video, was du auch beschreibst, da fände ich schon fast gefährlich, ihn da starten zu lassen, weil, also, und auch für andere Fahrer, ne, wenn da einer so zwischenrum guckt, der monatelang nicht richtig rennen, oder mei, Armstrong hat das auch gemacht, ne, aber der nicht richtig auf dem Rats gesetzt hat, der nicht irgendwo drin war, und ob man diesen Platz da irgendwie sozusagen auch vergeuden soll, nur um so eine Störfeuer oder Ablenkungsnummer oder wie man das dann nennen mag, zu machen, hm, finde ich auch ein bisschen, also ich würde es für vernünftiger halten, ihn da nicht mitzunehmen, muss ich gerne, also zu seiner Sicherheit, zur Sicherheit der anderen Fahrer und auch, weil ich glaube, dieses Ablenkungsding, also dass er jetzt ablenkt, dass Sepp Kuss möglicherweise auf Sieg fährt, hm, weiß ich nicht, ob es mir das wert wäre. Naja, die Frage ist ja immer, wen haben die sonst als Alternativplan, ähm, bei Wout von Aert weiß ich jetzt gar nicht gerade genau, der soll jetzt bei der Norwegen-Rundfahrt eventuell Richtung Ende Mai zurückkehren, aber, ähm, die Tour de France hat er immer noch nicht im Plan, also der will sich ja auf Olympia fokussieren, ähm, das wäre sonst derjenige gewesen, ähm, den man fürs grüne Trikot, sag ich mal, einspannen könnte, dann hast du schon Sepp Kuss richtigerweise genannt, das wäre sonst die Alternative fürs Klassmoor, wenn ich die Vuelta gewonnen habe, ist aber in diesem Jahr jetzt auch noch nicht in der Verfassung gewesen, dass ich jetzt sagen würde, okay, Sepp Kuss ist ein Kandidat, um aufs Podium zu fahren bei der Tour, er nicht, und ansonsten, wen hat, wen haben die sonst noch, wie ist mal diese Bike, ja, es ist bei den Klassmoorfahrern, Das ist dünn geworden, ne? Ja, auch tatsächlich dünn, also wenn du dir aber schon alleine den Kader anguckst von, sage mal, äh, 27 Fahrern, was sowieso nicht so viel ist, bedingt dadurch, dass, ähm, diese ganze Teamkonstruktion, ja, auf der Kippe stand, relativ lange im letzten Jahr, durch diese mutmaßliche Fusionsgeschichte, haben die halt nur 28 im Kader, hab ich 27 gesagt, 28, aber davon halt, äh, vier jetzt relativ langzeitverletzt sind, und dann bist du natürlich schon mal eingeschränkt, und wenn das auch noch vier super gute Fahrer ist, hm, schwierig, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass da auch, äh, Aufmerksamkeitsfaktoren vielleicht eine Rolle spielen könnten, ähm, wenn ich jetzt Winge gerade mit zur Tour nehme, dann habe ich natürlich als Team, als für die Sponsoren, viel, viel mehr Aufmerksamkeit, auch nur, wenn der, wenn der Junge nur am Start steht, ähm, dass der Name oft genannt wird, in der Berichterstattung zum Beispiel. Ja, absolut richtig, ne, das, äh, ich nenne es mal den Flumfaktor, ne, der, aber, hm, ob ich das ausreichend fände, ob ich das, ich weiß nicht, und ich sehe da wirklich, also das meine ich wirklich ganz im Ernst, diese Gefahr auch, jemand, der nicht in Shape ist, da mitfahren zu lassen, oder mitzunehmen, ich bin da nicht so groß, da macht man mir keine Freude mit, da muss ich gestehen, auch, wenn er selber im Kopf gar nicht bei der Sache ist, oder sein kann, weiß ich nicht, finde ich nicht gut, aber wir schweifen gerade jetzt wirklich, wirklich weit ab, da fällt mir auf, ähm, aber wir halten hier fest an der Stelle schon mal, ähm, du denkst, sie nehmen ihn mit als Störfeuer, als Aufmerksamkeitsgenerator, ähm, ich glaube, nee, ich glaube nicht, ich glaube, der eine Platz, es sind nur noch acht Plätze, ne, wenn du einen schon von vornherein irgendwie vergibst, für etwas, was eigentlich, ja, zumindest nicht zum sportlichen Erfolg beiträgt, kann nicht gut sein, ähm, mal gucken, und ich, ich würde mir wünschen für ihn gesundheitlich, dass es wieder bergauf geht, aber ich würde mir fast, würde ich auch sagen, ich wünsche mir auch gesundheitlich, dass es für ihn besser wäre, nicht zu starten, aber, boah, mei, sollen andere entscheiden, wo waren wir denn jetzt überhaupt, wir waren bei Etappe Nummero, neun, waren wir stehen geblieben, genau, neun, ähm, wo es dann im Gesamtklassmaus sich auch wieder unter den ersten zehn nichts getan hat, wer war denn rausgefallen, ui, nee, wer war denn so weit rausgefallen, Luzchenko war nicht mehr angetreten, genau, war nicht mehr angetreten, ja, Etappe Nummero zehn sind wir angekommen, das war die Etappe, heute zeichnen wir auf am Donnerstag, dann war das die Etappe von Dienstag, nach dem Ruhetag, genau, ähm, und ich muss lustigerweise, kurze Anekdote aus dem Büro, sozusagen, äh, an dem Morgen dieser Etappe kam ein Kollege zu mir, meinte, wie heißt der eine Pfarrer eigentlich, der ist ja so dürr, dem möchte man am liebsten irgendwie einen Schokoriegel zustecken, dass der mal ein bisschen, bisschen, ein bisschen was auf die Rippen bekommt, und er sprach ausgerechnet von dem Pfarrer, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht aussprechen kann, Valentin, Paris, und so weiter. Valentin, Paris, Pembre. Ja, wenn du es so flüssig auch da, das klingt jetzt schon fast, hättest du es geübt, wie heißt der Bruder nochmal? Au revoir. Ja. Aber es ist eine faszinierende oder schöne Geschichte, wie man sie so oft aus dem Ratsportbilderbuch kennt, ähm, es gab hinterher, ähm, bei Social Media ein Foto, was sehr oft geteilt wurde, ähm, als die beiden Brüder, äh, äh, als, ja, kleine Jungs, sage ich mal, ähm, neben Jens Fugt im Saxo-Bank-Trikot stehen und, äh, sehr, sehr stolz darüber sind, äh, dass sie ein Autogramm gerade von dem bekommen haben. Oh, das ist echt süß, also solche Geschichten mag ich auch, ja. Genau, das wurde hinterher dann sehr oft geteilt und heute, irgendwie 13 Jahre später oder so, ähm, sind sie selbst beide, äh, Etappensieger beim Giro gewesen, weil, sein Bruder, Aurelian, der hat im letzten Jahr eine Etappe beim Giro gewonnen. Schon, das war damals, die, lass mich schnell schauen, ähm, auch eine Berggetappe, die vierte am Lago La Ceno, wo damals Lecknesund ins, äh, rosa Trikot gefahren ist und in diesem Jahr, ja, dann sein Bruder, Valentin, da muss man aber sagen, der ist fünf Jahre jünger, also der ist auch erst 23 und hast du völlig recht, wenn ich also, äh, extrem ausgezerrter Fahrer, ähm, bei 1,76, 52 Kilo. Also das ist schon, da, 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 gibt jemand immer mal wieder diese Rufe nach einem BMI oder irgendwie so, bin ich auch, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, aber dem möchte man ja wirklich ein bisschen was zu essen in die, in die Trikotaschen packen. Ja, irgendeinen Decathlon-Riegel oder sowas. Ja, macht Decathlon-Riegel, ich weiß es nicht, hab ich noch keine gesehen, aber es würde mich wundern, wenn sie es nicht machen. Ähm, ja, also das ist schon, also das finde ich schon ein bisschen, boah, naja, vor allem, was ich mir immer denke, ähm, wenn der mal stürzt, also, der wird irgendwann mal irgendwo stürzen, das ist ja gar keine Frage, jeder Radsportler, ich kenne kaum einen Radsportler, der nicht irgendwann mal stürzt, da hat man ja direkt Angst, dass er mit dem Besen kommen muss, um die Knochen alle aufzukehren, also, ja, wollen wir nicht hoffen. Ne, absolut nicht, aber, ja, ähm, ich wünsche ihm, dass er nie stürzt und dass er deswegen nie in die Situation kommt, aber andererseits war, war ja der Etappenverlauf, ähm, ja, auch spannend, fand ich, ähm, da, die haben sich aus einer größeren Ausreißergruppe, zu der auch, äh, Maximilian Schachmann und Simon Geschke gehörten, nach diesem Inter-Giro-Sprint, äh, der war bei Kilometer 104, haben die sich abgesetzt, sozusagen nochmal, und das Interessante war, aus taktischer Sicht, dass da ein Fahrer von Badiani, äh, ich meine, es war Fiorelli, äh, wie so ein Berserker auf diesen Inter-Giro-Sprint gefahren ist, sein Teamkapitän, der aber auch in der Ausreißergruppe war, Pozzuivo, war in dem Moment hinten in der Gruppe, und, ähm, damit hat er seinen eigenen Kapitän ins Hintertreffen gebracht, äh, und wurde dann später zurückbeordert, um für ihn zu arbeiten, aber er hat letzten Endes mit seiner, Aktion da am Sprint, ähm, seinem Kapitän das Rennen verhagelt, sag ich mal so, ganz platt, ja, und daraus, ähm, hat sich dann, nach dem Sprint erst mal Tratnik vorne als Solist abgesetzt, da war er noch lange vorne, in der Schlusssteigung, dahinter war eine Vierer-Verfolgergruppe, eben mit, äh, Paris-Pontre, Bardet, Marco Frigo war noch dabei, und der letzte Fahrer war Baggioli von, äh, Andrea Baggioli von Lidl Track, ja, und dann, ähm, dachte man schon so, das ist im Prinzip durchfasst für Tratnik, weil der war immer so auf 40 Sekunden vorne, auch an diesem Schlussanstieg, der nicht, der zwar ziemlich lang war, mit 18 Kilometern, aber nicht sonderlich steil, also eher so ein Rollerberg, ähm, ja, aber, dann hatte Paris-Pontre doch noch was zuzulegen, er hat Bardet dann erst mal stehen lassen, an Tratnik vorbeigefahren, und die Etappe gewonnen, und, ähm, was bei der Etappe noch, äh, in Erinnerung bleibt, oder, äh, dann spätestens da klar geworden ist, dass, äh, Simon Geschka auch auf das Bergtrikot fährt. Genau, der konnte das an dem Tag nämlich übernehmen, erst mal stellvertretend für Pogacar, und ich weiß auch nicht, äh, ob, ob das gut aus, gut ausgeht für ihn im Sinne von, ähm, dass das funktionieren wird, so wie Pogacar mal fährt, ich finde, bisher haben sie seltener die Gruppen gehen lassen, ähm, ich wünschte, würde mir wünschen für, Gershke, dass das in der zweiten Girohälfte häufiger passiert, schlicht und ergreifend dadurch, dass das Team von UAE nicht mehr so, wie soll man sagen, so viel Substanz hat, oder langsam auf den Zahnfleisch geht, vielleicht muss man es auch so sagen, ähm, äh, und Gershke ist ja klug genug, so was zu erkennen, und so eine Chance dann auch vielleicht, äh, zu nutzen, äh, das würde mich dann auch freuen, also wenn, wenn da irgendwie, ja, in die Richtung was passieren würde, aber, ja, wenn man mal schaut, gibt es ihm eine realistische Chance darauf? Naja, also ich sage mal so, ist die, die Arithmetik, Punkt Arithmetik beim Girohälfte, ist ja so, dass auch an diesen, ähm, an den Berg Ankünften selbst, höhere Punktzahlen vergeben werden, und wenn man jetzt mal so in die dritte Woche guckt, oder jetzt gern Ende des zweiten, zum Ende, zum zweiten Wochenende jetzt, ähm, beziehungsweise Ende der zweiten Woche, ähm, da kommen ja die richtig fetten Punkte noch, also ich würde mir, also ich würde mir, wenn ich Simon Geschke wäre, hier Etappe 17, zum Beispiel Fett anstreichen, ähm, wo du halt 1, 2, 3, 4, 5 Bergwertungen hast, ähm, und zum Schluss dir halt die Bergankunft, wo die Punkte noch mal mehr zählen, ähm, und tags davor auch, ähm, die, Chima Kopi, ähm, wo ja übrigens der Stelvio nicht gefahren wird, sondern dann nur über den, äh, Umbraipass, wo du ja auch schon mal lang gefahren bist, ähm, äh, da gibt's auch noch mal mehr Punkte, also diese beiden Etappen, äh, würde ich mal anstelle von Simon Geschke da mal fett anstreichen und von daher kann's in einer bestimmten Konstellation schon klappen. Also du meinst so nach dem Motto, wenn Geschke jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, wenn dann auch nicht so viel passiert, muss man sich noch keine Sorgen machen, weil die entscheidenden Tage für dieses Bergtrikot noch, boah, in gehöriger Entfernung liegen. Ja, es hängt halt so ein bisschen, wie du schon sagst, davon ab, ob, ähm, ob UR E, die Gruppen gehen lässt. Ja, und das, äh, also alles spricht ja eigentlich dafür, dass denen irgendwann die Kraft ausgehen muss. Ich glaube, sie sind noch komplett, ne, wenn ich das richtig sehe, also sie hatten, glaub ich, noch alle Fahrer da, ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich bei allen Teams, ne, also es sind ja, ich glaube, sie werden wahrscheinlich, ich behaupte, es sind mehr Teams, die nicht mehr komplett sind, als die noch komplett sind. Hm, aber, ja, sie haben den Sprinter dabei, der wird ihnen in den letzten Wochen an den Bergen nicht helfen können, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, Pogacar wird nicht hinterherfahren, den Gruppen, sondern wird sich, wird, ne, dann haben wir schon mal eins, zwei, äh, zweifacher, die nicht Bestandteil dessen sein können, also, und ja, die müssen ja irgendwann auch mal kaputt gehen. Also nicht, dass ich es ihnen wünsche, aber, ne, äh, einfach. Naja, ich sag mal so, äh, Großschadner hatte ja auch schon einen relativ schweren Sturz jetzt auf der einen Etappe, ähm, und ist da als Letzter ins Ziel gekommen, da kommen wir jetzt nochmal dazu, gleich, ähm, ist auch wieder jemand, der potenziell sich erstmal, äh, zurückhalten muss, weil er halt, äh, vielleicht an seinen Sturzverletzungen laboriert, und dann wird es halt auch schon dünn, also, dann bist du halt schon irgendwo bei einem, äh, Raphael Maika, äh, der kann aber auch nicht alles, äh, berg alleine zufahren. Wenn er alles alleine, dem geht auch die Luft irgendwann aus, zu Recht, sag ich mal, ne, alles andere wäre dann auch verwunderlich. Ja, das ist definitiv, also, das kann Geschkes, äh, Bergdrecho sozusagen. Und er hat, für ihn wäre es ja eine schöne Geschichte, jetzt beim letzten Giro, ne? Auf jeden Fall, und, äh, er hat die Beine dazu, muss man sagen. Also, auf der Etappe und auch auf den Etappen davor, hat er eine super Bergform gezeigt, ähm, wie man sie bei Simon Geschke sonst selten, vielleicht nur bei der Tour, wann war es? 2.1, als er nah dran war, am Bergtrikot gesehen hat. Und, auch noch ein Punkt, ich halte auch Simon Geschke für wirklich einen, einer der klügeren Fahrer. Ähm, also, das klingt jetzt auch doof, als wenn ich denken würde, die anderen sind alle, irgendwie dumm wie Bohnenstroh, Bohnenkroh, ne, wie das Bohnenkroh, ähm, der würde, wenn der so etwas machen würde, wenn er sich schon sagt, ich gehe auf das Bergtrikot, wird er das nicht zwei Wochen vorher entschieden haben, sondern schon viel länger, und wird wahrscheinlich auch darauf trainiert haben, dass sein Peak auch erst dann kommt. Und er fährt jetzt schon gut mit, und das heißt, er wird auch noch Luft nach oben sein, denke ich mal in der Form. Ja, und das ist ein sehr spezielles Unterfangen, wenn du auf das Bergtrikot gehst, dann musst du halt nicht wie ein Gesamtklassement-Fahrer wirklich jeden Tag vorne mit reinhalten, sondern gibt es halt auch mal die eine oder andere Überführungsetappe, wo du dich ins Gruppetto setzen kannst, wenn du willst. Ja, und auch da, ne, der ist klug genug und, äh, kennt sich, hat Erfahrung, da brauchen wir gar nicht das Anfang. bin gespannt, wäre, wäre eine erfreuliche Geschichte. Ähm, ja, also, der Gesamtklassement immer noch zu der Zeit, was heißt immer noch, also, völlig unüberraschend, hat sich da auf den ersten, wo sind wir hier, auf den ersten zehn Plätzen kaum was geändert, äh, Philippo Zana vom Team Ayuko, Ayiko, Jaiko Ayuda, ähm, ein bisschen hoch, ähm, Bardet, der, ähm, war es an dem Tag auf den zweiten Plätzen? Ja, genau, die waren, die waren, die waren beide in der Ausreißergruppe, Bardet und auch, äh, Philippo Zana und haben dadurch, das geschah, massiv profitiert in der Gesamtwertung. Ja. Genau. Ansonsten hat sich da vorne bei denen nichts groß getan, immer noch Pogacar, Martinez, Charles Thomas und ich, behaupte jetzt, es war ein großer Zufall, aber es wurde, wie ich finde, das hast du wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt, weil das mal aus einem Bereich kommt, wo ich mich, wo ich mich ein bisschen mehr bewege. Es war natürlich für SRAM, äh, wie eine Einladung, äh, es so zu machen, die gestern ihre neue SRAM Red, äh, äh, Top-Premium, High-End, Oberklasse, äh, äh, Top-of-the-Nodge, äh, ersetzen, äh, ergänzen sie jedes Superlative, was sie möchten, Gruppe vorgestellt haben. Und Jonathan Milan mit dieser Gruppe, mutmaßlich, also ich hab jetzt mir sein Rad nicht angeguckt, äh, diese Etappe gewonnen hat. Und natürlich gestern ein Social-Media-Post, äh, ganz groß, das ist, ich weiß den Text nicht, ne, sind, wie sagt man hier, Gedächtnisprotokoll, ähm, so mögen wir, dass die neue SRAM Red gefeiert wird und Milan wir da, äh, als Sieger durchs Ziel fährt. Und aus Marketinggründen kann man es ja nicht besser machen oder kann man nicht mehr Glück haben. Ja, nee, das hab ich auch mitbekommen, dass, ähm, deren Schaltfunk, der neue Schaltgruppe vorgestellt wurde. Da hat das, ähm, ähm, ja, gutes Timing, muss man sagen. Ja. Ähm, glaubst du, glaubst du, die gehen so weit, dass sie sagen, okay, ob wir die jetzt am, äh, keine Ahnung, 15. oder 14. vorstellen, scheißegal, aber wenn der an dem Tag eine Sprintetappe beim Giro, er könnte gewinnen oder ist sowas weltweit, meinst du, das ist schon so lange vorher, ich glaub schon. Das ist schon so lange vorher geplant, äh, wann das vorgestellt wird. Ich glaube nicht, dass die da mit kalkulieren, ähm, kann dann natürlich, also die statten ja jetzt nicht nur dir aus, sondern, äh, kann auch ein, gut sein, dass ein anderer Fahrer von einem anderen Team. Ja, aber ich denke trotzdem, dass wir ein Auge drauf hatten, so nach dem Motto, ey, wenn an dem Tag was passiert, dann nutzen wir das aus. Und ja, fand ich, äh, schön, diese Synergie auch zwischen, ne, dass das dann aufgegriffen wird in der Kampagne. Ja, und der Sprint ging dann auch, äh, erwartungsgemäß gut aus für Jonathan Milan, der da nochmal ganz klar gemacht hat. Ja, man muss sagen, vielleicht gerade nochmal gut ging der Sprint aus, weil zum einen, äh, wurde da ja Tim Mellier, der Zweiter wurde, ähm, später zurückgesetzt auf den 89. Platz, weil er, ähm, da gegen Molano die Tür zugemacht hat. Vielleicht wird er sogar um den Etappensieg sonst mitgefahren. Kann man unterschiedlicher Ansicht ziehen, ähm, Ansicht sein, ich, äh, denke, das war richtig. Also es muss ja jetzt nicht immer irgendwie erst ein Sturz passieren, dass da jemand relegiert wäre, auch wenn er jetzt da, äh, Molano nicht gesehen hat. Er hat da meines Erachtens nach eindeutig seine Fahrlinie verlassen und somit, äh, den anderen Sprinter behindert. Und zum anderen gab's da ja auch noch einen Sturz in dem Finale, ähm, unter anderem Fabio Jakobsen war betroffen, der dann heute das Rennen noch aufgegeben hat. Mhm. Ja, ich glaub, er war es, der, der unglückliche Fahrer war der beste da hat er auch wirklich, wirklich keinerlei, äh, Platzierungen eingefahren hatte. Kann das sein, der als Sprinter so, ähm, ähm, das war der Artikel, über den ich irgendwo gestolpert bin und gedacht hab, ja, stimmt, der ist auch dabei. Mhm. Ja, genau, bester Platz war mein 22. Ja, also für den Sprinter, sag ich mal, unbefriedigend, äh, nach, ja, schon fast zwei Wochen Grand Tour. Und ich weiß nicht, ob das auf der Etappe war, vielleicht hast du das mitbekommen, von einem Fahrer auch an so einem Zielspunkt relativ spektakulär, der Reifen geplatzt ist. Nee, sowas will ich auch gar nicht hören. Das, äh, ich hab's nicht gehört. Nee, äh, wo, wie, wer, was? Reifen geplatzt? Beschreib's noch mal genauer. Kannst du das genauer schon schreiben? Ja, ich hatte's auch noch hinterher bei Social Media gesehen, ähm, der ist auch, meine ich, irgendwie jemanden reingefahren oder auf dem Hinterrad aufgefahren, dann ist der Reifen bei dem geplatzt. Aber ich war mir nicht mal sehr, ob's jetzt bei der Etappe gewesen war. Wenn Hörerin, Hörer irgendwie sowas noch gesehen hat oder weiß, dann bitte kurz melden. Äh, ich möchte, ich möchte das aber nur hören, wenn es kein Hookless Reifen war, kein Hookless Laufrad war und wenn es kein Hookless war und wenn es, ja, also die zwei Dinge möchte ich bitte ausgeschlossen haben. Wenn es doch so war, dann nicht melden. Mhm. Aber ansonsten, ähm, krieg, so richtig schlimme Stürze, haben wir da viele mitbekommen bisher? Bei diesem Giro? Mhm. Eigentlich nicht, ne? Nee. Also, toi, 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 ich klopf hier auf Holz. Ich möchte jetzt nicht derjenige sein, der es, äh, hervorruft, aber eigentlich nicht, erfreulicherweise. Also, in den letzten Tagen sind ja durchaus an anderen Stellen, ähm, schlimmere Stürze passiert. Äh, du hattest mich im Vorfeld noch über den Sturz bei den Frauen heute, glaube ich, ne? Ja. Äh, informiert, dann die Tage, als die zwei Damen, also beim Frauenradsport, gerade mehr, vermehrt, dass ein Betreuerauto, zwei Fahrerinnen angefahren, die erste angefahren, die zweite ist dann drüber gefahren. Äh, also nicht das Auto, wie sie da fahren, sondern zum Glück nur die beiden Fahrerinnen übereinander. Aber Giro ist ja einigermaßen verschont geblieben. Und verschont sind natürlich auch geblieben an dem Punkt, ähm, die Fahrer, die, ähm, für Grund, Entschuldigung, Gesamtklasse-Mauerfahrer, die, ja, allerdings hatte, das war doch die Etappe, wo dann Uydebrück auch nicht mehr angestarrt, angetreten ist, ne? Richtig, ja, genau. Er ist dann auch krank ausgestiegen, also so ein bisschen Favoritensterben, ähm, leider muss man sagen. Ja. Ähm, interessante Fahrer, die nicht mehr dabei sind, auch einen Lipowitz hätte ich gerne gesehen, bei seiner ersten Grandtour, nach seiner super Bergform, was er eventuell hätte ausrichten können. Aber, ja, es ist halt manchmal so, gesund durchkommen gehört auch dazu. Absolut, und das ist ja auch immer was, was man sagt, also auch ein, ein Pogacar muss gesund bleiben und kann sowas nicht im Vorübergehen, stelle ich mir vor. Also, und Uydebrück im weißen Trikot aussteigen, beziehungsweise, ne, also im, im Liedertrikot der jungen Profi-Wertung ist natürlich auch hart, ne? Also da musst du auch, dann bist du auch wirklich im Eimer. Ja, aber, ähm, er hatte die Tage davor schon ein bisschen geschwächelt, sag ich mal, da hat man sich schon gefragt, ähm, was ist das jetzt ungewöhnlich irgendwie und da wusste man dann hinterher, was dahinter steckt. Ja, aber ich meine, das ist natürlich nochmal härter, oder? Wenn du jetzt irgendwie ein Helfer bist und, äh, kommt eh um nichts an, dann ist natürlich auch, ich möchte es immer ankommen. Ich glaube, dieses Nachwuchstrikot hat generell nicht, klar, wenn es die Tour de France ist, ist es nochmal was anderes, aber hat sonst, äh, bei Giro und bei Vuelta jetzt nicht so den hohen Stellenwert. Aber für mich hätte es das schon gehabt, also wenn ich es gehabt hätte. bin aber nie in die Verlegenheit gekommen. Also, deswegen trotzdem unter den ersten Vieren bleibt es dann gleich mit Benno Conagra, Thomas, Daniele, Philippe, Martinez und Tadej Pogacar in umgekehrter Reihenfolge mal. Und dann kommt die Etappe, die ich wegen der verzauberten Zaubershow heute nicht sehen konnte, wo du mir aber berichtet hast, das war eine der spannendsten Etappen und ich habe nur das Ergebnis gesehen und habe mich gefreut, dass eine Prognose, die vielleicht für eine andere Etappe galt, aber trotzdem von mir in der letzten Sendung gemacht wurde und dann heute, ja, irgendwie umgekommen ist. Berichte mal. Also, es ist eine Etappe, die ich jetzt auf dem Papier gesagt hätte, war okay, klingt, ist Material für Ausreißer, wenn URE sich entscheidet, nicht mehr in allen Ausreißern direkt immer hinterher zu fahren und es sind ein paar Hügel zwischendurch, die jetzt nicht schlimm sind, aber auch nicht, man so ein Ebenen mitnimmt. Ja, kann gut gehen für die Ausreißer. Also, wenn ich mir angucke, dass ein Caleb June als Vorletzter reingekommen ist mit einer Viertelstunde Verspätung, dann sage ich, dass die Sprinter, Fernando Gaviria hinten, die Sprinter hatten nicht den besten Tag für sich. Ja, kann man schon so sagen, aber es war so ein Tag, sagen wir, Radsport-Nostalgiker, so ein bisschen. Weil, ja, es hatte so alles zu bieten, was den Radsport für mich faszinierend macht. Kampf um die Ausreißergruppe ging erst mal weit über 50 Kilometer, weil man sieht auf dem Profil, die ersten 50 waren flach, ziemlich direkt am Meer entlang mit ein bisschen Schiebekante auch, also da war es schwierig, sich abzusetzen. Dann ging es in den ersten Hügel rein und wie sich hinterher herausstellte, hat er halt so da Quick-Step auch darauf gesetzt, dass sie es einigermaßen zusammenhalten bis zu diesem ersten Hügel, damit dann Alaphilippe eine Gruppe bilden kann. So kam es dann auch. Der war vorne, hatte die Gruppe initiiert, waren dann manche erst zu zehnt, ungefähr. Dahinter kamen noch mal, auch noch mal glaube ich, zehn oder elf Leute hinterher, die dann auch aufschlossen. Und dahinter war noch mal eine große Gruppe mit seinem Teamkollegen Jan Hirt unter anderem, der im Classement auch recht weit vorne war, also ein gefährlicher Fahrer war. Und so waren dann insgesamt so fast 30 Fahrer in der Verfolgung von Alaphilippe und Mirko Maestri, die haben sich dann... Der klingt auch wie eine Asterix-Figur, ne? Ja, es war ein bisschen, ein bisschen, also viele haben mit dem Kopf geschüttelt, vor dem Fernseher wahrscheinlich, als sie gesehen haben, dass Alaphilippe da 130 Kilometer vor dem Ziel sich von dieser Gruppe absetzt, weil eigentlich ist das eine sichere Bank, der muss keine Angst haben, dass ihn da, sage ich mal, jetzt außer Nava ist, vielleicht der auch mit dabei war, am Berg wegfährt und der könnte ja erstmal mit denen mitfahren. Letztlich war es dann doch, würde ich sagen, Renninstinkt zu sehen, okay, dahinter spannt sich jetzt eine riesige Gruppe zusammen von vielleicht 30 Fahrern, erfahrungsgemäß funktioniert so eine Gruppe halt einfach nicht und bevor ich dann poker und dann gucken muss, dass ich den richtigen Postabgang da erwische, antizipiere ich einfach die Situation, fahre mit einem anderen vorne raus und setze darauf, dass sie sich hinten anschauen. Genauso ist es dann auch gekommen, die Gruppe dahinter war sich nie richtig einig und so sind die beiden halt ja gut 130 Kilometer zusammen an der Spitze gefahren, also es war wirklich eine Megaflucht. Es gab mal, ich weiß nicht mehr nach welcher Etappe, ich vermute, es war nach der Gravel-Etappe irgendwie, es gibt ja jetzt diesen, ich schaue mir das manchmal, wenn ich Zeit habe, zumindest gerne an, diese Diskussionsrunde nach der Etappe und da sagte irgendwer, wäre es auch vollkommen egal, keine Ahnung, weiß ich nicht, Alaphilippe fehlen vielleicht diese 10, 20 Watt zur besseren Zeit, aber er hat trotzdem noch den Charakter, ist er immer noch der Typ und das, die Aussage ist nach dem heutigen Tag dann wahrscheinlich noch mal zu unterstreichen, weil das, was du jetzt gerade als Instinkt, Gefühl für Situation und, 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 und beschreibst, das hat er einfach noch und ich finde auch das, jetzt, wie er das dann da, jetzt deiner Beschreibung nach antizipiert hat und alles, das, das ist halt etwas auch, was einen ganz großen Fahrer auszeichnet, also das, das braucht schlecht nur Lernen, glaube ich, ne, also das ist so, Das ist einfach, einfach, wie soll ich sagen, ein Rennen lesen zu können und auch viel mit der Erfahrung, klar, logisch, der hat jede Menge große Siege gefeiert und kann das schon einschätzen, wie, wie man das durchziehen kann beziehungsweise sie hatten ja einen klaren Plan, der war, alles bis zum ersten Anstieg zusammenzuhalten, dann eine Gruppe zu bilden mit Alaphilippe und dann versuchen, daraus die Etappe zu gewinnen, dass es dann dahinter jetzt dann so eine, sagen wir mal, kuriose Konstellation auch gibt, dass da plötzlich das halbe Feld als Ausreißer unterwegs ist, konnte man natürlich nicht erahnen, war aber genau die richtige Maßnahme in dem Moment letzten Endes in der Rückschau, sich da abzusetzen, auch wenn es komisch klingt, wenn man mit zwei Fahrern gegen 30 fährt, setzen sich die zwei häufig durch, weil 30 sind zu viele für eine Gruppe, die sind sich selten einig. Ja, und es ist ja auch schön, dass die Ausreißer es dann schaffen beziehungsweise Alaphilippe dann am Ende so durchkommt und wie gesagt, also alleine schon, wenn er am Abendessen, beim Abendfelsen mit seiner Mannschaft da das Glas hebt und vielleicht auch nicht der Fever ins Auge guckt oder gerade ihm besonders in die Augen guckt, das ist, finde ich, ist genugtoom, vielleicht ja, gönne ich ihm sehr. Also er hat mich wahnsinnig gefreut, als ich eben das Ergebnis gelesen habe, dass er das Ding nachgeschossen hat. War es das jetzt mit Sainte-Lafilippe bei der Tour, beim Giro? Sorry. Hat er noch mal so eine Etappe? Also ich meine, er hat jetzt keine Ambitionen für nix. Nö, auf der anderen Seite hat ja Patrick Lefebvre gesagt, dass er seine Frau und er zu viel gefeiert haben. Jetzt könnte er mal ordentlich die Korken anlassen. Du meinst heute Nacht um drei klopft er mit einem der Fever volltrunken an und er sagt so, das habe ich mal gemacht. Das habe ich mal gemacht. Fände ich witzig. Wahrscheinlich die letzten Gäste heute an der Hotelbar, kann ich mir schon vorstellen. Aber auf der anderen Seite, klar hat er sein Ziel jetzt erreicht. Er hat jetzt bei, ist einer, ich glaube es sind ein bisschen mehr als 100 Fahrer, die insgesamt, die bei allen drei Grandos mal in der Etappe gewonnen haben. Der Giro fehlte ihm noch. Das hat er jetzt geschafft. Zum anderen hat er sich die zweite Fliege, die er mit der Klappe geschlagen hat, ist sich in eine gute Ausgangsposition gebracht in seinem Vertragsjahr, um entweder bei Suda Quickstep nochmal zu verlängern, was ich mir ehrlich gesagt schwierig vorstellen kann. Oder aber woanders einen lukrativen Vertrag zu unterschreiben. aber, also wenn ich der Berater von ihm wäre, oder, nee, nicht wenn ich der Berater wäre, dann hätte ich ihm wahrscheinlich was anderes geraten, hätte ich gesagt, nimm das Geld. Aber wenn ich Alaphilipp selbst wäre, würde ich sagen, bin jetzt 31, das ist jetzt noch kein Alter für einen Radsportler, gehe ich halt nochmal zu einem Team, was mir jetzt vielleicht nicht wie, sage ich mal, Total Energies, zwei Millionen mehr überweist, sondern zu einem Team wie Ineos, wie Wismar, die sportlich erfolgreicher sind und versuche da wirklich nochmal den ein oder anderen Klassiker zu gewinnen. Aber, ist ja für ein Team Ineos, also, wer glaubst du, wer glaubst du, schickt ihm gerade die Verträge zu? Oder Vertragsvorlagen? Weißt du, welches Team mir komischerweise direkt und du wirst mich wahrscheinlich auslachen und wirst wahrscheinlich die besten Gründe dafür haben? Ich musste sofort denken, dass das eigentlich doch auch ein Fahrer, wenn die Kohle dafür da ist, für Team Decathlon irgendwie so als französische Identifikationsfigur und alles, was dazu gehört, wäre der da nicht und geldmäßig werden die jetzt wahrscheinlich auch nicht so schlecht aufgestellt sein? Oder ist das eher das Gnadenbrot oder das Altersteil, was an sich da? Nachdem, also nach dem Vorstellung jetzt beim Giro kann ich mir das schon vorstellen, dass die zusammenpassen können. Ja, eben. Weil ansonsten war es ja eher so, dass die jetzt, sag ich mal, gerade voll auf der Erfolgswelle reiten, Decathlon Ja. Arschete sehr und Alaphilippe ein Fahrer war, der auf dem absteigenden Ast war, so doof das klingt, aber jetzt ist er ja wieder erfolgreich und würde da auch ganz gut hinpassen, klar, logisch, er könnte passen. Also, war so mein erster Gedanke und der, der so aus dem Bauch heraus, das scheint mir ein gutes Fitding. Und wenn, und wenn er vielleicht noch zwei Jahre bei, bei Suda Quickstep bleibt und es dann macht oder so, ich hab irgendwie so, das, das wird passen, glaube ich. Also, ne, und du sagst schon, Kohle kann nicht alles sein und ein Team Decathlon. Die haben ja mit so einem Boss an Hagen, der hat den noch einen Vertrag für nächstes Jahr? Ich glaub wahrscheinlich nicht, oder? 24 nähert er nicht. Wenn der jetzt noch rausgeht, also, meine Empfehlung wäre das. Ja, Gesamtklassement hat sich dann natürlich auf den ersten 15 Plätzen auch nichts geändert, da ist alles gleich. Ich wiederhole nochmal den Abstand, Martinez 2,40 und Gerard Thomas 2,56. Danach Benno Connach 3,29 ist schon schwierig. Antonio Tiberi mit 4,27. Ich glaube, die müssen sich jetzt nicht um einen Sieg noch groß Sorgen machen, was sie dann am Abend der Zeremonie ertragen werden. Aber, was passiert denn jetzt so grundsätzlich noch? Wir haben heute, haben wir gesagt, Tag der Aufzeichnung ist der Donnerstag. Morgen, wenig überraschend, topflach, da wird es auf die Sprinte, Jonathan Milan wird sich da seine Haut wehren müssen. Warte mal, Donner, Freitag flach, 14. Etappe, Samstag auch flach, auch flach, aber da fährt jeder für sich. Sondern jetzt die Königsetappe. Ja, ich will noch kurz beim Zeitfahren. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, nach dem letzten Zeitfahren, nach den Auftritten bisher, dass man da groß irgendwie Pogacar gefährden kann auf der 14. Etappe. Nö, der holt ja noch mal ein bisschen Zeit raus auf die, vielleicht noch mal eine Minute oder so auf die anderen. Boah, braucht mir doch nicht jede Hoffnung auf irgendwie Spannung. Doch, die Spannung besteht eigentlich darin, dass ich an dem Tag, dass er so einschätze, dass Daganer gewinnen kann. Also zumindest um den Etappensieg, das spannend werden könnte, weil das halt komplett flach ist oder sogar teilweise leicht abfallend. Meine Meinung auch. Also Ganna, es läuft über Ganna an dem Tag. Es sei denn, es sind jetzt irgendwelche Wetter, weil Ganna ist ja jetzt nicht mehr so nah dran. Also Wetterkapriolen, die für unterschiedliche Fahrer unterschiedliche Bedingungen schaffen, aber glaube ich und hoffe ich jetzt erstmal nicht. Naja, und dann kommt Samstag, warte mal, wo sind wir? Freitag, Samstag, Sonntag, Sonntag, die von dir ausgerufene Königsetappe nach Livigno. Genau, da haben wir drei Bergeankünfte am Stück. Die erste ist diese nach Livigno, sieht auf den ersten Blick, finde ich, ja nicht harmlos, aber jetzt nicht unbedingt aus wie eine Königsetappe, aber ist halt über 220 Kilometer lang. Und ist da Mortirodo dabei, Passo Foscagno und auch nochmal dieser super steile Anstieg zum Schluss nach Livigno auf über 2000 Meter Höhe. Das ist schon echt ein Brett. Also da werden wirklich, denke ich mal, nur die Favoriten am Ende den Sieg unter sich ausmachen. Ja, Etappe Nummer 16 ist dann die Etappe am Sonntag. Was? Nochmal? Ach ja, das ist die Dienstagsetappe 16, ne? Genau, nach dem Ruhrtag, wie gesagt, das Stift Zerjoch wurde gestrichen, wegen Lawinengefahr, also Schnee hätte man vielleicht wegbekommen, aber durch die warmen Temperaturen ist das zu gefährlich. Deshalb fährt man ein paar Kilometer weiter unten über den Umbrailpass, was mich auch gewundert hat, in die Schweiz, weil zuerst sollte ja auf der vorigen Etappe auch ein kurzer Abstecher durch die Schweiz führen, hat man aber dann klein beigegeben, weil die Schweizer Geld haben wollten, wohl für die Straßensperrung und jetzt fahren sie dann doch durch die Schweiz. Also, ja, bisschen unverständlich, aber vielleicht kenne ich auch einfach die Hintergründe nicht. Aber von da aus, sage mal, vom Umbrailpass ist ja noch eine riesige Distanz, erst mal das Etchtal komplett durch, bis man nach Bozen kommt und von Bozen. Habe ich schon gemacht. Schöne Strecke, aber ja, es ist jetzt, wie soll ich sagen, nichts, wo sich das Rennen entscheiden würde. Nein, auf keinen Fall. Ja, aber zum Schluss nochmal, es ist schwer mit einer Bergankunft, Montepana, vorher auch der Panida-Sattel noch dabei, da geht es ordentlich hoch, genau, also da wird es auch nochmal Abstände geben, gerade nach dem Ruhetag. Ist natürlich dann auch spannend, weil es am Anfang dann gleich berghobe geht. Und dann kommt schon Etappe Nummer 17, das ist die Etappe, die dann Mittwoch nächste Woche ist. Wir machen das noch so ein bisschen, jetzt gehe ich mal, es sind ja gar nicht so viele Etappen, aber ich bin ehrlich gesagt von morgen bis Montag raus aus allem, unterwegs und deswegen können wir den Tag auch nicht aufzeichnen, deswegen kurz mal schon diese Vorausschau bis Mittwoch, dann haben wir uns auf jeden Fall hier safe. Auch eine schwierige Etappe, wie ich finde, also die ist irgendwie, die sieht auch nicht so aus, aber geht es auch direkt von Anfang an hoch. Eigentlich eine Etappe, wo man keinen Moment hat, wo man sich mal ausruhen kann, also auch so gedanklich, weil es geht immer rauf oder runter. Stell ich mir auch mal vor. Das ist interessant, weil ich glaube, wir hatten es in der ersten Vorschau schon auf den Giro gesagt, die Etappe, obwohl die ja, nur 159 Kilometer hat im Vergleich zu der Etappe am Sonntag, die 220 hat, hat die nur unwesentlich weniger Höhenmeter, die Etappe zum Passuprocon, über die wir jetzt sprechen, die 17. weil es halt die ganze Zeit wirklich noch rauf und runter geht, also vorm Start auf Sellerjoch, dann der Rolleberg und dann zweimal Passuprocon zum Schluss. Schwierig einzuschätzen für mich, der Berg, also es sind jetzt nicht die schwierigsten Berge, aber da könnte man was auch mit einer Team-Taktik starten, was ich interessant finde tatsächlich ist, dass meine ich Ineos die einzige Mannschaft ist, die zwei Fahrer in den Top 10 hat, mit Garen Thomas und Timon Ahrensmann aktuell. Man muss immer sagen aktuell, weil man weiß auch nicht, was in fünf Tagen dann wieder krankheitsbedingt schon alles passiert ist. Das ist richtig. Vollkommen richtig, wenn dir gesagt, meine ich. Aber mit Blick sage ich jetzt mal, auf die schweren Etappen, wäre das eine Option um die Konkurrenz ums Podium? Also ich denke, da geht es zwischen Daniel Philippe Martinez und Garen Thomas um Platz zwei, vielleicht Bohrer unter Druck zu setzen. Also einen Ahrensmann mal in die Gruppe schicken und gucken, was Bohrer macht. Also was wollen sie machen? Sie haben ja jetzt auch nicht die Mannschaft, die da jetzt unbedingt in den Bergen nachfahren kann. Ja, und sind ja auch nicht mehr komplett. Das müssen wir auch einfach sagen. Und andererseits im Fall der Fälle ja, das könnte oder ist mit Sicherheit das, was auch in den Köpfen von den Ineos-Strategen jetzt gerade vorgeht, dass das die Methode ist auf Platz zwei. Zu kommen, ist denn Platz eins so vergeben? Also siehst du überhaupt noch irgendeine Chance, wenn nicht etwas unvorhergesehenes wie Krankheit oder Sturz? Also Entschuldigung, die rhetorische Frage, es ist einfach dumm, aber natürlich nicht, oder? Siehst du irgendeine Möglichkeit, wenn sich Philippe, also angenommen, es würden sich jetzt hier heute Abend die sportlichen Direktoren von Buchhanskoe, Ineos und Decathlon zusammensetzen, vielleicht noch Bahrain und würden den teuflischen satanistischen Plan schmieden, alle gemeinsam an einem Strang ziehen, so nach dem Motto nur gegen Pogacar, glaubst du, es gäbe irgendwie eine Möglichkeit, das zu verhindern, den Sieg? Nicht, dass ich es mir wünschen würde, er ist sportlich einfach so gut, aber gäbe es irgendeine Chance? Naja, auf der anderen Seite, sage ich mal so, um ein bisschen Hoffnung zu schüren, muss halt auch mal Tati Pogacar erst beweisen, dass er eine Grand Tour wieder auf diesem Niveau durchfahren kann, wenn wir uns nämlich daran erinnern, bei den letzten beiden Tour de France hatte er immer einen ganz schwachen Tag, also auf der einen Etappe auf den Granon 22, wo er eingebrochen ist und glaube ich drei Minuten auf Ingegatt kassiert hat und letztes Jahr auch die Etappe über den Col de la Luz, wo er acht Minuten kassiert hat und aktuell sind es nur 42 Vorsprung. Aber siehst du das passieren? Sehe ich das passieren? Das ist natürlich schwierig vorstellbar. Das ist genau die richtige Formulierung, glaube ich. Es ist schwierig vorstellbar, dass noch etwas passieren könnte, das den Sieg von Pogacar verhindert. Ich glaube, das ist so die, das ist, warte, ich muss mir kurz notieren, wenn ich mir den Satz merke für für die Schoen uns hier. Ja, stört total. Es ist schwierig vorstellbar. Ja, aber auf der anderen Seite sollten das die Teams, die jetzt auf Platz zwei und drei sind mit ihren Fahrern, immer im Hinterkopf haben, wie die letzten Jahre bei der Tour de France beispielsweise liefen, dass auch Untertati Pogacar mal einen schlechten Tag haben kann. Das ist das eine. Und das zweite, was wir vorhin schon gesagt haben, ich sehe halt die Mannschaft UAE im absoluten Hochgebirge gar nicht mal so überlegen. Gar nicht mal so überlegen, aber ausreichend gut. Das ist, glaube ich, so. Würde ich auch sogar anzweifeln. Also, wie gesagt, also man muss jetzt mal sehen, wie es bei Felix Großschadner dann weitergeht nach seinem Sturz. Dann haben die noch Maika, klar, die haben noch einen Domen Nowak, aber der Rest hat sich jetzt auch in den ersten zwei Giro-Wochen jetzt nicht unbedingt so wie der Sky-Zug damals hervorgetan. Ja, also mit rumbeklickert haben die sich nicht, auf jeden Fall. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl oder drängt sich bei mir auf, es ist alles bei denen so, es ist gut genug. Das ist wie, wenn ich jetzt hier einen Tisch zimmern würde, dann würde ich am Ende wahrscheinlich, würde das Ding krumm und schief da stehen, dann würde ich sagen, ja reicht. Nicht verstehen, ich würde mich ja, also ich möchte den Giro in der letzten Woche nochmal mit Spannung erleben und das wird, wenn das, was du jetzt so prognostizierst, eintrittst, dass er einfach aufgrund des Mangels an Klasse im Team so eintreten wird, dann wäre ich ja froh, aber irgendwie sehe ich das noch nicht passieren. Weiß auch nicht warum. Es muss ja nicht mal, wie soll ich sagen, bedingt dadurch sein, dass er selbst eine Späche hat oder so, sondern es kann immer mal passieren, dass du in einer dummen Situation bist, hinter einem Sturz aufgehalten wirst, sonst irgendwie im ungünstigen Moment eine Panne hast, wo du wirklich Teamkollegen traust und die dann halt nicht da sind. Absolut, also das mit Panne, so Panne-Krankheit-Sturz nehme ich natürlich immer raus als etwas, was, das möchte ja niemand, dass so, dass dann entschieden wird, aber, dass es irgendwie, dass es sportlich passiert, dass man ihm nochmal diesen Giro nimmt, das halte ich für schwierig, für sehr, sehr schwierig vorstellbar. Und gestern, ich meine, es war gestern, die Etappe, da gab es, einen Fahrer, der Pogacar sogar im Finale, also als er sich da in diesen Sprint eingemischt hat, in Neapel eben weggerämpelt hat, in dem Sprint, also, selbst da, davor ist er ja nicht gefeilt. Nee, wenn er so dumm ist, also, einerseits gefallen mir natürlich so Sanktionen, so nach dem Motto, er fährt irgendjemandem hinterher, damit er so eine persönliche, ich weiß nicht, Rache fährt sogar, aber so eine persönliche Geschichte nochmal ausräumt und sagt, hey, nicht mit mir. Andererseits sich so in Gefahr zu begeben, ist natürlich auch ein bisschen dumm, vielleicht, kann man sagen, also unnötig, bestenfalls noch. Muss man sich auch immer in Betracht ziehen, dass solche Sachen dann einfach nicht nötig sind. Na, also du denkst immer noch, was heißt immer noch, das klingt so despektierlich, du denkst, das Ding ist noch nicht so durch, wie der Hoff es meint? Was gibt da noch so? Es gab schon dominantere Giro-Ausgaben, wo ein Fahrer schon, sage ich jetzt mal, zum jetzigen Zeitpunkt mit 5, 6 Minuten geführt hat. Und es sind jetzt halt aktuell nur 2,40, das heißt, ein schlechter Tag reicht. Ja, ich glaube, ich mache das noch weniger an der Zeit, also die Menge des Vorsprungsfests, sondern ich glaube halt einfach, dass Pugacar schon gedanklich fast bei der Tour ist, was auch gefährlich sein kann, auf jeden Fall. Aber diese 2,40 Minuten Vorsprung, die er nur hat, spiegeln meiner Meinung nach nicht den Klassenunterschied gerade wieder, der existent ist. Weil er vielleicht nur bei 90, mit 90, 95 Prozent fährt. Und das ausreicht dafür, aber ob das dann halt auch trotzdem, und du sagst, das mag nicht ausreichen und ich sage, so wie es sich gerade darstellt, reicht das locker aus. Vielleicht muss er nochmal an einem von diesen zwei, vielleicht muss er Sonntag nochmal oder beim Zeitfahren und Sonntag nochmal tief in den roten Bereich, um so ein bisschen klarzustellen oder um es noch klarzumachen oder den anderen nochmal einen Schuss vom Bug zu geben oder weiß nicht, wie man es sonst noch machen kann, nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen und auch die anderen ein bisschen zu demoralisieren. Das kommt ja auch immer noch dazu. Ich denke mal den Sonntag, weil es im Prinzip die Königsetappe ist, hat er sich dick angestrichen. Da wird er nochmal versuchen, auf jeden Fall auch die Etappe zu gewinnen und auch Zeit rauszuholen. Aber davon mal abgesehen, dahinter, wenn man sich mal den Rest ums Podium und auch die Top Ten anguckt, ist ja interessant, was da für Namen dabei sind. Und das ist da auch noch relativ dicht beisammen ist. Zwischen Platz 10 mit Ahrensmann und Platz 2 sind es ja nur drei Minuten. Drei Minuten zwölf, ja. Da kann sich noch viel tun, bloß ich tue mich immer schwer damit, das zu sagen, jetzt schon, okay, die fahren jetzt alle nur noch, also weißt du, dieser Kampf um Platz 2, dass jetzt schon der Kampf um Platz 2 entbrennt, sozusagen, oder den Platz um die Top 3, will ich irgendwie noch nicht sehen, also ich will, dass die bis zum Ende versuchen zumindest Pogaccia noch zu knacken. Ja, aber so wird ja auch aktuell schon gefahren teilweise, also es gab schon zwei Etappen, wo im Feld Bahrain losgefahren ist, um den fünften Platz von Tiberi das eine Mal gegen Badé und das andere Mal auf der heutigen Etappe gegen Jan Hirth zu verteidigen. Ja. Ja, dann haben sich alle damit abgefunden, ne? Oder, 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 sind, sind zufrieden mit dem, was sie haben und das ist ja auch irgendwie, fühlt sich das für mich nicht richtig an. ne, ne. Ja, und dafür sind ja noch, ist der Kampf ums Bergtrikot, sag ich mal noch. Genau. Aus deutscher Sicht spannend. Wird Simon es holen. Teamwertung ist auch noch spannend. Ja, wollte ich gerade, ich hab's schon auf, Decathlon, Ineos, Burra, wobei es wahrscheinlich, Burra mit 20 Minuten Rückstand, da kann man durchaus rausnehmen, Ineos und Decathlon und mit, äh, mit den Zweifahren, also, Decathlon wird wahrscheinlich noch auf, mit einem oder anderen Tagessieg, vielleicht mal zwei Leute in die Gruppe oder so schicken, da agieren, Ineos. Die werden zum Zeitfahren wieder erstmal hinbiegen, auf jeden Fall. Ja, genau. Das Letzte anguckt. Ahrensmann, Thomas, Gana werden es richten und danach müssen wir wieder gucken, was Decathlon macht. Mhm. Ja, das war dann unser Abriss für heute. Es, äh, so ist es, ich hätte gerne, es hätte gerne ein bisschen spannender, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz, ganz ehrlich, aber wir können ja auch nichts dabei reden, was nicht, was die, was das Rennen nicht hergibt. Ähm. Was nicht ist, ist es nicht. Ne, was nicht ist, das ist nicht und das können wir auch nicht herzaubern, wo ich heute schon viel von, viel bezaubert wurde. Ähm, ja, es gibt da noch so kleine Endmeldungen, aber ich weiß gar nicht, wir haben eben relativ lange darüber gesprochen, welche Fahrer wieder einigermaßen fit sind oder auch nicht. Äh, Mathieu van der Poel hat heute bekannt gegeben noch oder gestern, dass er dann doch nicht die MTB, äh, die MTB-Medaille bei der Olympiade ins Auge nehmen wird. Manchmal noch auch vernünftig. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas? Die schlimmen Stürze der Frauen gerade? Ich würde das sonst alles, sonst gibt es nichts, was uns aufgeregt hat, oder? Aufgeregt? Ja, oder im positiven Erfreut aufgeregt oder was, äh, wo wir denken, boah, das brennt mir jetzt schon die ganzen anderthalb Stunden auf der Seele, dass ich das noch sagen muss zum Radsport? Nee, gerade nicht. Also der Giro ist das alles, äh, einnehmende Thema in der Profiradsportwelt. Ja, das sehe ich auch so. Gut, dann machen wir jetzt den Sack dicht, ähm, wünschen euch, äh, schöne Pfingsttage, äh, fahrt viel Rad, auch wenn das Wetter es nur zum Teil hergibt, wie ich gehört habe. Und, ähm, gehabt euch wohl. Äh, danke, wir haben nachdem ich beim letzten Mal darauf hingewiesen habe, dass ein Hörer uns, äh, auf Phönikstunden gespendet hat. Habe die nächste auf Phönikspende gekommen. Also von uns aus kann das gerne so weitergehen. Ähm, wir verdienen damit nichts, aber ihr habt, hört uns immer gut und das, äh, ist ja auch in euer aller Interesse hoffentlich, vielleicht, möglicherweise. Und, ähm, dass du wie immer toll geklungen hast, Thomas, das brauche ich dir gar nicht sagen, das weißt du ja hoffentlich auch so. Danke für die Blumen. Immer wieder gerne, auch wenn ich sie nicht aus dem Hut gezaubert habe, wie ich es heute an anderer Stelle gesehen habe. In diesem Sinne haben wir den Bogen gespannt von Anfang bis Ende von, äh, von, von, von A nach B und zurück nach C zum Giro. Und wünsche euch allen eine gute Zeit, passt auf euch auf und macht es gut. Tschüss. 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 Tschüss.